Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 8. Januar. Mein Name ist Marc Bergmann. Der junge Mann da drüben ist der großartige Andreas Kranjotakis. Und Andreas, wir haben heute eine riesige Sendung, denn wir sprechen über allerlei News. Aber vor allen Dingen klären wir endlich zwei der größten Geschichten der letzten NFC-Veranstaltung auf. Nämlich zwei Geschichten, die beide mit Weight Cuts zu tun haben. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Geschichten dann quasi im Laufe des Podcasts entfalten werden. Denn es sind kontroverse Geschichten aufgrund beider Ereignisse, die mit dem Weight Cut zu tun hatten jeweils, sind die Kämpfe ausgefallen und trotzdem könnten die beiden Geschichten unterschiedlicher nicht sein. Die Rede ist natürlich von Max Holzer, der am Ende des Tages irgendwie wegen 200 Gramm sich im übertragenen Sinne zerstört hat. Und mit Tasso, der seines Zeichens irgendwie mit, je nachdem wie man glauben darf, irgendwie fünf Kilo zu viel zur Waage kam. Und dann am Ende des Tages zwar schon noch ein bisschen was gemacht hat, aber schon deutlich noch über dem vereinbarten Gewicht war. Selbst über dem später nach oben korrigierten Catchweight. Und mit beiden sprechen wir heute und können nochmal ein paar Zusatzinfos geben. So viel sei schon verraten. Und können den vor allen Dingen mal ordentlich auf den Zahn fühlen und mal nachfragen. Jungens, was war da los? So ist es. Also heute werden die Daumenschrauben angezogen. Und wir sprechen über eure Lieblingstraumpaarungen dieses Jahres. Wir haben vor einigen Stunden einen Post abgesetzt, in dem ihr auf Instagram schreiben konntet, welche, falls ihr euch für 2023 wünscht bei uns. Und wir haben uns mal rausgeschrieben, notiert und werden heute darüber sprechen, wie realistisch das ist, dass wir diese Kämpfe sehen, warum die cool sind. Und ob wir vielleicht sogar eigene Traumpaarungen haben, die in diese Liste gehören. Also jede Menge zu tun. Wir beginnen wie immer, Andreas, würde ich sagen, mit ein wenig Hausputz. Das heißt, wir sprechen über alles, was so angefallen ist in den letzten Tagen. Und da ist eine Menge angefallen in der MMA-Szene, überwiegend allerdings keine besonders guten Nachrichten. Los ging es vor drei, vier Tagen mit der News, dass Dana White seiner Frau eine geklatscht hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, böse zu, man könnte natürlich behaupten, das ist ein mieser Promo-Move für seine Powerslab-League, die jetzt genau dieses Wochenende anlaufen sollte. Das jetzt aber nicht tun wird. Die wird verschoben, jetzt um eine Woche zumindest. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, der hat irgendwie seiner Frau, die ja immerhin schon seit 30 Jahren seine Ehefrau ist, eine geknallt. Nicht nur eine sogar. Es gibt ein Video davon zu seinem Pech, auf dem man relativ gut erkennen kann, dass er, glaube ich, sogar noch eine zweite reindonnert, wenn nicht sogar noch eine dritte. Das erkennt man dann nicht mehr so gut. Wie hast du das Video aufgenommen? Ich weiß, du bist ja bekennender Feminist. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin bekennender Feminist. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Denn als Feminist bin ich ja der Meinung, dass Frauen definitiv dieselben Rechte haben sollten wie Männer. Und gleichzeitig war ich auch ganz lange Zeit davon fest überzeugt, dass es keine Entschuldigung dafür gibt, eine Frau zu schlagen. Nach zehn Jahren an der Tür gab es schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ich habe ein bisschen Verständnis dafür, dass das jetzt gerade passiert ist. Also wenn irgendwie die Frau mit der erhobenen Sektflasche auf den Kollegen losgegangen ist und der gesagt hat, gut, ich habe ja halt einen gescheuert, weil das ist dann doch auch nicht ganz ungefährlich, wenn eine Frau dir eine Sektflasche über den Kopf zieht. Also es gibt da mehr als nur schwarz und weiß, würde ich sagen. Was natürlich eine sehr große, oder was diese Welle natürlich noch größer gemacht hat, ist, dass Dana White ja selber gesagt hat, es gibt keinerlei Entschuldigung. Und man kann sich quasi nicht rehabilitieren, wenn einem im häuslichen Kontext das einmal passiert ist oder wenn man das einmal gemacht hat. Es passiert einem ja nichts, aber man macht das ja. Und das hat das Ding nochmal größer gemacht und was mich total, also es ist so ein Zeichen für unsere Zeit wieder, dass die Leute dann am Ende des Tages darüber sprechen, dass er ja nicht nur einmal geschlagen hat. Also so nach dem Motto, hätte er nur einmal zurückgeschlagen, wäre es in Ordnung gewesen, aber er hat ja nochmal nachgeschlagen und dann wurde darüber irgendwie viel gesprochen. Also ein sehr facettenreiches Thema. Ich muss sagen, Alkohol war im Spiel, es ist immer keine Ausrede, aber eine Erklärung, so will ich es mal sagen. Tja, und dann gab es von beiden ja sehr schnell auch Statements dazu, also sowohl Dana White als auch seine Frau haben sich geäußert, haben dann darüber sich ausgelassen, wie lange sie schon zusammen sind, dass es einmalig war, dass das nie passiert ist und auch die sich nicht vorstellen können, dass es nochmal passieren kann. Dass es voll komplett außergewöhnlich ist und dass Dana das gar nicht zu seinem Charakter passt und so weiter und so fort. Vielleicht steige ich mal auf der Frage ein. Für wie authentisch hältst du diese Aussagen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich meine, die sind seit 30 Jahren verheiratet. Es gibt Ehen, die dauern so lang und da gibt es häusliche Gewalt über 30 Jahre hinweg und die sind trotzdem noch verheiratet. Es gibt aber auch welche, da passiert das nach 30 Jahren das erste Mal. Also ich kann da den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen. Ich persönlich finde auch, also, oder vielleicht mal um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast mit diesem Nachschlagen und so. Natürlich macht es das nicht besser, wenn er nur einmal haut, aber ich finde, es macht die Sache deutlich schlimmer, wenn er mehrfach zuschlägt. Verstehst du die Logik hinter dem Satz? Weil, also, zu entschulden ist das für mich jetzt auch nicht. Ich würde mich jetzt nicht moralisch da drüber stellen. Ich meine, ich habe noch nie eine Frau geschlagen, ich habe es auch nicht vor, aber wie gesagt, die waren offensichtlich beide betrunken. Eine Affekthandlung, wer weiß so, ich würde da jetzt nicht den ersten Stein werfen wollen. Aber, sobald du das zweite Mal schlägst, ist es ja in dem Sinne kein Affekt mehr. Dann ist es ja schon, weißt du so, er geht ja richtig hinterher. Das finde ich halt schon ein bisschen schwierig. Was ich aber, ehrlich gesagt, viel lustiger oder viel spannender, interessanter finde, ist die Frage, warum ist es überhaupt erst dazu gekommen? Also, bei uns in den Kommentaren wurde ja auch gar nicht drüber gesprochen, also in den Kommentaren, in der Kommentarspalte unter dem Post auf Insta, wurde ja auch gar nicht drüber gesprochen, dass der mehrfach geschlagen hat, sondern, was sehr, sehr häufig gesagt wurde von einigen Leuten war, die hat ja zuerst geschlagen. Wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Grund, zurückzuhauen. Also, ich verstehe natürlich dein Beispiel, das, was du mit dem Türsteher genannt hast. Ich meine, aus Selbstverteidigungszwecken, keine Ahnung, du hast irgendeine Frau, die ist verrückt, die hat ein Messer in der Hand. So, die würde ich natürlich auch hauen, einfach um meine eigene Haut zu schützen. Aber nur weil die ja jetzt eine klatscht, ihr eine zurückzuklatschen, finde ich einfach unverhältnismäßig, weil Dana White ist halt schon ein ziemlich breiter Typ. Die meisten Männer sind kräftiger als ihre Frauen. Das ist einfach keine verhältnismäßige Antwort, bin ich der Meinung. Also, da hätte es auch geschafft, ihr die Hand festzuhalten und zu sagen, hey, reiß dich zusammen und komm mal runter oder so, statt die Hand zu hauen. Was ich aber interessant finde, sorry, ist, man sieht am Anfang dieser Szene, bevor die Haut, bevor die ihm eine haut, ja, dass er ihr irgendwas sagt und sie ist offensichtlich am Boden zerstört, deswegen. Die steht ja da so und er hat ihr gerade ja irgendwie was gestanden oder irgendwas erzählt, was sie offensichtlich überhaupt nicht hören wollte und was dann dazu geführt hat, dass sie ihm eine klatscht. Das heißt, da gibt es ja offensichtlich ein zugrunde liegendes Problem. Und das ist, glaube ich, das Eigentliche, weil so wie man das manchmal munkeln hört, scheint er ja Backstage auch mal hier und da ein bisschen anzubundeln mit der ein oder anderen Dame. Das ist jetzt, also du hast es jetzt nochmal auf ein komplett neues Level gehoben. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gab auf jeden Fall ja Gerüchte um Ronda Rousey zum Beispiel, ja, sehr hartnäckige Gerüchte und so weiter und so fort. Wäre jetzt auch nicht ganz untypisch, dass ein Mann sich in so einer Machtsituation diese irgendwie zu Nutze macht, um sich derartige Vorteile zu verschaffen. Aber um den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte wissen wir natürlich nicht. Was wir wissen, ist das, was wir auf dem Video gesehen haben. Ja, also ich bin bei dir in einer rationalen Situation, wenn man ein Herr seiner Sinne ist, gibt es da sehr viel bessere Wege, mit umzugehen. Die Frage ist, und ich glaube, die Antwort darauf ist eine sehr individuelle, ist das entschuldbar, was er da gemacht hat? Also ist es erstmal entschuldbar, wenn man ihn einfach nur als Mann betrachtet, also als Menschen? Und dann gibt es ja nochmal die Frage, und auch diese wurde aufgeworfen, ist es entschuldbar als CEO, als Kopf eines der größten Unternehmen in der Sportwelt weltweit? Und da waren nicht wenige Leute da, die gesagt haben, man muss drüber nachdenken, die UFC ohne Dana White zu machen und das nicht länger tragbar und so weiter und so fort. Wie stehst du denn dazu? Also ist er denn für die Firma noch tragbar? Ich persönlich sehe das ja immer ein bisschen anders als der Großteil der Gesellschaft. Ich finde, was Menschen privat tun, sollte nichts mit deren Berufsleben zu tun haben, weil ob er jetzt seine Frau schlägt oder nicht, egal ob das jetzt moralisch gut oder schlecht ist, hat er nichts damit zu tun, ob er ein guter Geschäftsmann ist oder nicht. So, finde ich persönlich, aber wir wissen ja alle, dass das in der Gesellschaft und in der Medienlandschaft insbesondere anders gehandelt wird. Da führt schon der kleinste Verstoß dazu, dass andere Leute ihren Hut nehmen müssen. Und der Vergleich mit Roger Goodell beispielsweise, der ja der Kopf der NFL ist, und anderen vergleichbaren Persönlichkeiten, der ist ja ein paar Mal gefallen. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn der Chef der NFL öffentlich auf Video seine Frau eine klatschen würde. Andererseits muss man sagen, letzte Nacht hat Javonta Davis geboxt, hat gewonnen. Der hat auch vor ein paar Tagen erst mutmaßlich seine Partnerin verprügelt und das nicht zum ersten Mal. Und der ist trotzdem noch in einem Main-Event und verkauft Hallen aus und vielen Sportlern passiert das. Also ich weiß nicht genau, wo man das Maß da ansetzt. Also darfst du als Sportler ausscheren, egal ob das jetzt Handgreiflichkeiten sind, Drogen sind, Gewalt sind, Einbrüche, was auch immer es ist, darfst du das als Sportler und als sozusagen, weil da bist du ja auch Botschafter deiner Organisation, deines Sports, deiner Liga, deines was auch immer, darfst du es nur als Sportler dir mal erlauben und die Leute sagen irgendwann ja Schwamm drüber, das ist auch für Geschäftsleute gelten. Das weiß ich halt nicht so genau. Was mir auf jeden Fall auf den Sack geht, ist aber in dem Zusammenhang, dass viele Medienschaffende oder diese Journalisten, die relativ nah an der UFC dran sind, nicht wirklich hart kritisiert haben. Das fand ich ein bisschen seltsam. Weißt du, was ich meine? Naja, seltsam ist es ja nicht. Es ist ja, wenn man Ariel Hawane mal so sich in Erinnerung ruft, der ja wegen verhältnismäßig noch kleineren Dingen komplett geblockiert wurde und existenziell bedroht in seinem Broterwerb, ja, dann kann ich mir schon gut vorstellen, wie Dana White reagieren würde, wenn die Medienschaffenden, die nah am MMA sind, da jetzt ein bisschen harscher mit ihm in die Kritik gehen. Ich glaube, da muss man jetzt auch kein Genie sein, um das zu antizipieren. Nur um es nochmal gerade zu rücken und ich weiß, dass du das gerade wahrscheinlich einfach so im Lameng anders ausgedrückt hast. Ich unterstreiche nochmal, sowas passiert einem nicht. Das macht man. Und ob das dann entschuldigbar ist oder nicht, das ist nichts, was einem so passiert. Das hat nichts Passives, sondern das hat schon was Aktives. Und ja, die Frage ist, Cancel Culture mäßig, an welcher Stelle kommen wir dahin, dass wir sagen, die Person ist als öffentliche Person nicht mehr tragbar? Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt hier im Podcast nicht final behandeln können, das Thema. Aber es ist natürlich insofern schon ein bisschen ironisch, dass er derjenige war, der sich da auf ein sehr hohes moralisches Ross geschwungen hat und immer wild um sich gezeigt hat und gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist asozial, sowas würde mir niemals passieren, echten Männer machen sowas nicht und so weiter und so fort. Und dann eben, ja, hat man das selber eins zu eins gesehen. Und sind wir ehrlich, wäre das passiert und gäbe es davon kein Video, hätten wir davon entweder nie erfahren oder er hätte es halt hart abgestritten. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Und tja, wie gehen wir jetzt damit um? Also ich würde sagen, wahrscheinlich wird das irgendwann mal im nächsten News-Cycle, wird sich das verlaufen, oder? Oder denkst du, das hat jetzt langfristige Folgen? Nö, glaube ich nicht. Also sonst hätte es die Folgen ja jetzt schon gegeben. Also ich sehe da keinen medialen Aufschrei. Ich sehe da auch nichts seitens WMI, IMG, die ja sozusagen die Köpfe der UFC jetzt eigentlich sind, die neuen Besitzer sind seit einigen Jahren. Von denen gibt es keinerlei Statement. Auch auf mehrfache Nachfrage hin nicht, weil Heinrich Hempel hier so ein bisschen süffisant fragt, ob ich Ariel Helwani gesehen habe. Natürlich habe ich gesehen, dass der sich darüber aufgeregt hat, Heinrich, aber die Ansage war ja, Journalisten, die sich im Dunstkreis der UFC befinden, da gehört ja nun Ariel Helwani explizit nicht dazu. Und der hat mehrfach nachgefragt bei sozusagen der Muttergesellschaft, die haben sich da nicht zugeäußert. Der Fernsehsender TBS, der jetzt diese Powerslab-League, also ich meine, auch was für ein kurioser Zufall, ja. Das Debüt von dieser Liga zu anfangen. Also das kann sich kein Hollywood-Schriftsteller oder Komiker besser ausdenken. Da hieß es ja gerüchteweise, das wird komplett abgesetzt. Oder was ist abgesetzt? Wird gar nicht erst gesendet, das lief ja noch nie. Das wird aber auch nicht so sein, sondern nächste Woche wird das Debüt dann stattfinden. Also quasi eine Woche später. Das sieht für mich ja danach aus. Lass mal eine Woche, ist das Thema durch. Und die Tatsache, dass man eine Woche nur genommen hat, um Gras wachsen zu lassen, da wächst ja nicht so viel Gras in einer Woche, zeigt mir, dass man diesen Vorfall, glaube ich, gar nicht so mega ernst nimmt. Und weiß ich nicht, vielleicht hatte Dana auch einfach Glück, dass es zum Jahreswechsel passiert ist, wo halt generell relativ viel Scheiß passiert ist. Es sind ja, wenn du jetzt mal die Medienlandschaft in den USA dir anschaust, es ist ja ein Haufen passiert. Ein Football-Spieler ist im Krankenhaus gelandet, fast gestorben. Ich glaube, irgend so ein Rallye-Fahrer ist gestorben. Das ist alles so innerhalb von 24 Stunden passiert. Da war so viel News, dass das Ding, glaube ich, einfach zum Glück von Dana ein bisschen untergegangen ist. Nicht bei uns in der Blase, aber so in diesem Mainstream-Ding, wo das passiert, weißt du? Ja, naja. Wahrscheinlich ist das Glück aus seiner Sicht. Ich bin mal gespannt. Also schreibt uns gerne hier unter das Video mal eure Meinung dazu. Sollte das jetzt das Ding sein, was Dana White seinen Genick bricht? Also er steht ja für viele Dinge in der Kritik. Fighter Pay ist ein Thema, also dass Kämpfer zu wenig Geld bekommen, zu schlecht versichert sind, dass er mit denen nicht richtig umgeht. Auch generell seine Geschäftspraktiken. Wäre das jetzt so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt? Oder sagt ihr, naja, muss man nicht unbedingt miteinander verbinden? Also ich bin da selber relativ klar, was sozusagen die persönliche Perspektive angeht. Das ist eine Sache, die ihn für mich als Person jetzt, als Privatperson disqualifiziert. Ich würde jetzt ungern mit ihm Kaffee trinken gehen nächste Woche. Und gleichzeitig als rational denkender Mensch überlege ich mir natürlich, was wäre denn das Beste für die UFC? Weil man kann über ihn ja sagen, was man will. Das, was er macht, funktioniert. Irgendwie hat er dieses Unternehmen ja dahin gebracht, wo es heute ist. Und die Geschäftspraktiken kann man feiern oder doof finden. Und vielleicht gäbe es auch andere Möglichkeiten, das so zu erreichen. Aber gleichzeitig, dass die Kämpfer besser versorgt sind. Aber irgendwie hat das funktioniert, was er gemacht hat. Und was er macht. Wird es besser, wenn er geht? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte schon, zumindest mal, würde ich da sehr kritisch drauf gucken und hätte schon ein bisschen Sorge um die UFC. Das ist natürlich nicht das oberste Kriterium in dem Kontext. Aber es ist zumindest mal eine Sache, die ich da irgendwie mitdenke. Ja, ich sehe es genauso. Also ich finde ihn als Mensch dann auch unmöglich so. Es ist jetzt eine Aktion, die man nicht so einfach wegwischen kann. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das hat natürlich nichts mit dem Geschäftsmann Dana White zu tun, der aus meiner Sicht für die UFC immer noch unersetzlich ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht besser wird, wenn der weggeht. Ich glaube, das wird eher schlecht, weil der schon, und viele wollen das vielleicht nicht hören, aber ich glaube, dass der schon ein paar Prinzipien hat, die sehr wichtig sind. Und ich glaube, wir werden, wenn der irgendwann mal weg ist, so ein Verwässern der UFC erleben, wie wir das im Boxsport über viele Jahrzehnte gesehen haben. Das heißt, ich glaube, dass der schon relativ wichtig ist in der Position. Und ich glaube, dass der auch allen Entscheidern wichtig ist, weil der natürlich relativ clever ist. Der hat ja jahrelang alle Fäden in der Hand gehabt und hat sie wahrscheinlich auch jetzt noch in der Hand. So einen zu ersetzen, ist nicht einfach. Und das wissen die natürlich auch bei WMI, IMG. Die haben wahrscheinlich keinen dahingesetzt, der Bock hat, sich einzuarbeiten in dieses extrem komplexe Thema. Und ich meine, wir wissen ja selber, wie abgefuckter Mindfuck es ist, so eine MMA-Organisation zu führen. Und das auch noch erfolgreich. Also da einen Ersatzmann hinzusetzen, ist nicht so einfach. Und ich glaube, das kommt ihm in solchen Situationen auch zugute, wenn er sich mal wieder einen Fehltritt erlaubt. Also Christopher Jay hat hier geschrieben, ob das jetzt der Chef der UFC ist, ein Maurer oder ein Zimmermann, in keinem Fall ist dieser Vorfall ansatzweise vertretbar. Dennoch finde ich, dass er weiterhin als Chef der UFC agieren sollte. Ist ein möglicher Standpunkt, den man haben könnte. Also wie gesagt, wir werden es jetzt nicht final klären können, aber ich denke mal, so knappe 20 Minuten dem Thema zu widmen hier im Podcast. Oder liegt denn noch irgendwas auf der Seele zu dem Thema? Ich bin gespannt, wie die Schlagwort Nation das irgendwie einordnet. Also helft uns gerne im Kommentarbereich. Und wo wir gerade drüber sprechen, lasst uns auch gerne einen Daumen hoch mal da. Das hilft ja auch immer. Support ist kein Mord. Und wir haben aber noch viele andere Sachen aufzuarbeiten, die passiert sind jetzt in der vergangenen Zeit. Womit fangen wir an? Also es gibt ja schon auch ein paar Sachen, die teilweise sehr, sehr traurig sind. Ja, der, wer hat es denn geschrieben? Adrian. Adrian MMA hat es geschrieben. Victoria Lee ist am 26.12. mit nur 18 Jahren verstorben. Ist tatsächlich erst heute bekannt geworden, beziehungsweise ihre große Schwester Andrea Lee, die ja Atomgewichtstitelträgerin ist bei One, hat den Post abgesetzt, dass ihre jüngere Schwester mit, wie gesagt, gerade mal 18 Jahren verstorben ist. Es gibt keinen, also sie selber war auch Kämpferin, auch bei One, war ein sehr, sehr großes Talent. Victoria Lee war keine Vorerkrankung bekannt. Andrea Lee hat in dem Post auch nicht wirklich irgendwelche Details dazu verlautbaren lassen, woran das lag. Es ist ja doch sehr, sehr ungewöhnlich, dass jemand mit 18 Jahren stirbt. Auf Twitter haben ein paar Gerüchte kursiert, dass es vielleicht Selbstmord gewesen sein könnte, aber das ist absolut unbestätigt. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht thematisieren wollen. An der Stelle auf jeden Fall erst mal absoluter Schock natürlich für die MMA-Community, wenn so ein Riesentalent mit gerade mal 18 Jahren sein Leben lässt. Wahnsinn. Ja, so richtig viel sagen dazu kann man nicht, außer dass ich einfach extrem betroffen war, als ich das gehört habe, weil das ist natürlich, also es ist immer traurig, wenn ein Mensch von uns geht, aber so junger Mensch mit so viel Lebensenergie, Kämpferinnen haben ja einfach auch, sind einfach agile Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wieso jemand aus dem Leben genommen wird, ob jetzt über ein Suizid oder wie auch immer, über eine Krankheit oder was auch immer. Wahrscheinlich werden wir es irgendwann erfahren, aber da musste ich schon mal kurz durchatmen. Das war schon heftig. Eine von uns, die da ja auch gegangen ist irgendwie. Naja, und die Frage ist ja auch, wie eine Angela Lee das dann verkraftet, die ja auch noch ein Wettkampfjahr vor sich hat. Christian Lee ist ja auch noch da, der zu dieser Familie gehört. Ebenfalls sehr, sehr erfolgreicher Kämpfer bei One. Also ich glaube auch, deren Karrieren wird das natürlich, deren Leben sowieso wird es beeinflussen, aber deren Karrieren mit Sicherheit auch. Also das hinterlässt mit Sicherheit eine große Lücke, gerade da im asiatischen Raum. Also man macht sich ja hier auch gar keine Vorstellung, was Leute wie Stamp Fairtags oder eben auch Angela Lee, die ja der erste große Frauensuperstar von One war, was die für eine Reichweite haben da in Asien. Das ist schon extrem beeindruckend. Also für die Szene dort ist das ein riesiger Schlag. Hier ist es eher so eine Fußnote, aber eine traurige auf alle Fälle. Ja. Tja, und dann gehen wir mal von den ganz traurigen Themen. Rüber zu einem Thema, das auch einige Schockwellen durch die Kampfsport und vor allen Dingen auch MMA-Welt getrieben hat. Und zwar einer der Social-Media-Stars in unserem Business hat bahnbrechende News verkündet. Ja, genau. Er redet von Jake Paul und der hat bei der PFL unterschrieben und wird MMA kämpfen. Und das ist ziemlich abgefahren. Also auf so vielen verschiedenen Ebenen. Was war dein erster Gedanke? Hat er sich das gut überlegt, war mein erster Gedanke. Weil MMA ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, es haben ja immer alle, oder beziehungsweise ich habe ja versucht, dieses Jake Paul-Thema lange zu ignorieren, weil ich am Anfang dachte, das ist einfach nur so eine Eintagsfliege und so ein PR-Stunt oder so ein Kram. Mittlerweile merkt man ja doch, dass er es relativ ernst nimmt mit dem Boxen. Und so schlecht sieht das gar nicht aus. So ehrlich muss man sein. Also das hat Hand und Fuß, was er macht. Er trainiert da auch regelmäßig und so. Hat jetzt natürlich keine großen Boxer geboxt. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber gut, das kann halt auch nicht der Anspruch sein für einen Anfänger. Also weiß ich nicht so, da muss ich ja auch einen Leuten stellen, die so ein bisschen auf seinem Niveau sind. Aber MMA ist halt nochmal eine andere Sache. Ich weiß nicht, wie lange er das schon trainiert, ob er das überhaupt schon trainiert. Da gibt es ja leider keine großen Infos zu. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du diese Basic-Skills, die nötig sind, um da auch nur ansatzweise mitzuhalten auf einem, ich würde jetzt mal sagen, regionalen Niveau dir aneignen kannst, in so einer kurzen Zeit, selbst wenn du ein guter Boxer bist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und die PFL ist ja nun nicht im Regionalniveau. Da sind einige richtig stabile Jungs dabei. Und ich stelle dir mal vor, der bekommt irgend so einen ungeschlagenen dagestanischen Ringer dahingestellt. Also das werden die wahrscheinlich nicht machen. Die PFL ist ja nicht blöde. Aber stell dir mal vor, weißt du, was soll denn passieren? Egal, wie gut du boxen kannst, dann ist das doch vorbei relativ schnell. Klar. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es ist so ein, rund um die Ankündigung, dass er in der PFL ist, es ist so ein Video aufgetaucht, wo er geschrieben hat, hier trainiere ich das erste Mal Low-Kicks. Ein bisschen sah es auch so aus, als hätte er das erste Mal angefangen, Low-Kicks zu trainieren. Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, also ein Athlet ist der Typ, also der ist definitiv athletisch. Ich glaube auch, dass er das ernst nimmt und dass er gut und schnell lernt. Das kaufe ich ihm alles ab. Aber da bin ich bei dir, das ist schon, also Boxen ist halt was anderes als MMA oder andersrum. MMA ist was anderes als Boxen. Und es wird wahrscheinlich einfach viel davon abhängen, wie die Matchups sind. Er hat ja laut nach Diaz geschrien und ich glaube, es macht auch total Sinn und hat gesagt, hey, Diaz, wir machen beides. Wir machen einen MMA-Kampf und wir machen einen Boxkampf. Wenn das natürlich der Weg ist, kann ich mir zumindest mal vorstellen, dass Diaz, also entweder ist er komplett abgeklärt und geht da rein, holt den Takedown und verknotet ihn am Boden, weil Diaz ist also am Boden definitiv gefährlicher als Jake Paul, das jemals werden wird in seinem Leben und macht dann den Boxkampf hinterher. Aber egal, wie das Ding ausgeht, angucken würde ich es mir. Und damit haben die ja auch schon wieder mal, ich sage mal, Multimillionen sicher. Ja, glaube ich auch. Also es wird natürlich mit der Gegnerwahl stehen und fallen, ganz klar. Neidiaz, glaube ich, wird es nicht. Der hat jetzt irgendwie, wie man das von den Diaz-Brüdern kennt, ganz mysteriös einen Ryzen-Banner gepostet. Also wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja sogar in Japan. Das würde ich natürlich richtig feiern. Das wäre genau mein Schnack. Hans Dampf schreibt hier Rematch gegen Paul Askren, Ausrufezeichen. Das haben natürlich sofort alle gefordert auf Twitter, als diese News rauskamen, dass der jetzt unterschrieben hat bei der PFL. Aber geht leider nicht. Paul Askren hat ja nach wie vor noch einen UFC-Vertrag und wenn du zurücktrittst, dann erlischt der nicht, sondern der friert sozusagen ein. Und wenn du dann irgendwie fünf Jahre später überlegst, ach, ich kämpfe doch nochmal, dann musst du den halt erfüllen. Es sei denn, du schaffst es irgendwie, den im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Aber die UFC wäre ja schön blöde, das zu machen. Das heißt, der ist nach wie vor an die UFC gebunden, wenn er denn kämpfen wollen würde im MMA. Damit wird es halt nichts. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr gern alternativ für einen Gegner gern hättet für den Jake Paul. Möglichst vielleicht sogar aus dem jetzigen PFL-Kader schon. Das ist natürlich am allerrealistischsten. Dann haben die schon einen Vertrag mit der Organisation. Mir würden da jetzt auf Anhieb gar nicht so viele einfallen, wo das Ergebnis nicht so eindeutig im Voraus schon feststehen würde, dass man sagt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, das anzusetzen. Ja, also Anthony Pettis hat sich gemeldet. Das würde so rein von der Vermarktung her Sinn machen. Aber auf reiner MMA-Skills, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ja, keine Ahnung. Also mir fällt jetzt auch keiner ein, wo ich denken würde, okay, das macht Sinn. Ja, und Hans Damm schreibt jetzt, als würde die UFC-Askron noch mal antreten lassen wollen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass sie den bei sich kämpfen lassen wollen, sondern es geht darum, dass die natürlich einem Konkurrenten ein potenziell lukratives Matchup nicht erlauben würden. Also das würde ich zumindest nicht mehr. Nicht die UFC wäre, ich würde Ben Esco nicht erlauben, bei der PFL-Kämpfe zu, weil das wäre natürlich der No-Brainer dieser Kampf, ganz klar. Ja, ich finde es spannend. Also ganz ehrlich, Hut ab vor Jake Paul, das muss man ehrlich sagen. Also der Typ geht mir immer noch irgendwie ein bisschen auf den Sack. Ich mag die Art von ihm einfach nicht. Das ist nicht so mein Typ, aber ich respektiere ihn natürlich schon dafür, dass er sich offensichtlich den Arsch aufreißt im Gym, trainiert und die Eier hat zu sagen, gut, ich gehe da jetzt in dieses MMA-Geschäft rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich von Erfolg gekrönt sein wird, aber gucken wir mal. Ich hoffe halt nur, dass sie ihm jetzt nicht irgendwelche Gurken hinstellen. Das wäre halt irgendwie lame. Weil, guck mal, der hat ja dieses Box-Ding, hat er ja clever aufgezogen. Der hat sich große Namen dahingestellt, die aber nicht boxen können. So richtig. Zumindest nicht, weißt du? So, weil sie halt aus dem MMA gekommen sind. Aber wie willst du es denn im MMA machen? Weißt du, in der, weißt du? Weil MMA ist ja quasi, das sind ja alle Disziplinen mit drin. Wie willst du das Ding drehen? Das wüsste ich ja nicht. Sie werden es uns zeigen. Also ich glaube, dass die schlau genug sind, um sich was ausgedacht zu haben, was am Ende des Tages funktioniert. Aber logischerweise wird er irgendwann da, also er wird nicht ungeschlagen bleiben. Da bin ich mir relativ sicher. Aber alleine ihn mal zu sehen im MMA, Alter, ich schalte ein. Ganz im Eins. Nachdem dieses Boxding er durchgezogen hat und auch wenn du sagst, der hat sich der MMA-Campfer geholt, die nicht boxen können, es waren trotzdem Profiathleten. Leute, die teilweise 20 Jahre als Profi an der Weltspitze waren. So ein Andersen-Silver. Da gibt es einfachere Aufbau-Gegner. Sind wir ganz ehrlich. Die bringen vielleicht nicht den Buzz mit sich, aber kann man auf jeden Fall einfacher hinbekommen. Wer Mad Max schreibt, der wird sich jetzt wahrscheinlich einen Boxer hinstellen lassen, der nicht reden kann. Das wäre natürlich... Dann sehen wir zumindest mal, wie gut Jake Paul boxen kann. Also lassen wir uns mal überraschen. Es bleibt da spannend auf jeden Fall. Der Mann lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Sobald es da Neues gibt, werden wir natürlich drüber sprechen. Eine Nachricht noch, bevor wir zu unseren Dreamfights kommen. Die ist auch in den letzten ein, zwei Tagen rausgekommen zu Khabib Nurmagomedov, der sich offensichtlich entschlossen hat, komplett dem MMA-Sport im Rücken zu kehren. Das heißt, auch nicht mehr als Trainer in Erscheinung treten möchte, nicht als Promoter. Er hat ja Eagle FC hochgezogen oder aufgekauft und umgebaut und hochgezogen. Das soll es wohl alles nicht mehr geben. Möchte sich komplett nur noch auf seine Familie konzentrieren und wir mit dem Sport nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, so sinngemäß war die Aussage aus seinem Umfeld. Also er selbst hat sich dazu meines Wissens nach noch gar nicht geäußert. Sinngemäß war die Aussage, der MMA hat wohl zu negativen Einfluss auf ihn, zu negativer Energie, so sage ich es jetzt mal. Und er will wohl, und das finde ich interessant, nicht mal mehr als Trainer in Erscheinung treten. Obwohl das doch eigentlich das Vermächtnis seines Vaters war. Aber vielleicht hat er sich gesagt, jetzt, wo Islam Champion geworden ist, hat er sozusagen seinen Auftrag erfüllt und das ist der Zeitpunkt abzutreten? So hätte ich das jetzt gelesen? Oder was meinst du? Ja, ich bin da, also ich bin ein bisschen vorsichtig, was die News angeht. Solange er das nicht selbst sagt und ein Statement dazu veröffentlicht, bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Bislang hat er ja alle Dinge, die er gesagt hat, eigentlich auch umgesetzt so. Er hat gesagt, ich höre auf. Mit 29,0 und er macht die 30 nicht voll und so und dann hat er auch aufgehört. Und bislang macht er keine Anstalten, um wieder zurückzukommen. Ich finde es ein bisschen, oder ich hätte ihn nicht so eingeschätzt. Ich hätte schon gedacht, dass er jetzt, wenn er sich einen Kurs aussucht, auch auf dem Kurs bleibt. Ist ein bisschen untypisch für ihn, aber vielleicht, ich meine, was soll der Mann noch beweisen? Was soll er noch machen? Das mit dem nicht mehr Trainer sein, finde ich auch komisch. Also das geht mir irgendwie nicht rein, weil da schien ihm ja sehr viel dran zu liegen, die Fußstapfen seines Vaters da auszufüllen. Deswegen bin ich noch ein bisschen, bin noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich so stattfindet. Falls ja, krass, krasse News, wird auch ein Charakter sein, der definitiv fehlt in der MMA-Landschaft, falls das so sein sollte. Aber wenn das für ihn persönlich die bessere Entscheidung ist, why not? Ja, ich finde es vor allen Dingen deshalb irgendwie komisch, weil, also Hans Dampf hat es ja auch nochmal geschrieben, MMA ist ein großer Bestandteil von Khabibs Leben. Und ich meine, der hat das ja, der hat diesen Sport im Grunde gemacht, seit er ein kleiner Junge war, das hat ihn ein ganzes Leben lang begleitet. Und wenn du dich mal so umguckst, so die ganzen alten Hasen von früher, die sind ja alle noch irgendwo, oder zumindest die großen Namen, alle noch irgendwo dem Sport verbunden. Die sind dann halt Trainer oder machen irgendwas. Also viele bleiben dem Sport in irgendeiner Art und Weise treu. Dass der sich da komplett abwendet, finde ich schon, finde ich schon krass. Also da könnte man ja fast schon glauben, der hat den Sport nie geliebt. Klingt jetzt irgendwie bescheuert, weißt du so? Aber ich meine, weißt du, was ich meine? Der ist dort aufgewachsen, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Der Vater ist halt Kampfsporttrainer. Natürlich trainierst du da. Weißt du so? Mein Vater war früher Fußballtrainer. Ich habe halt auch erst mal in der Elf-Jugend angefangen, Fußball zu spielen, obwohl ich das gehasst habe, Alter. So, und habe dann nach zwei Jahren irgendwann gesagt, pass auf, ich habe keinen Bock mehr. Nur er hat halt weiter durchgezogen, ist erfolgreich, ist gut darin geworden, hat die Möglichkeit gesehen, damit auch sozusagen ein bisschen was vorzubauen für seine Familie, für sein Dorf und so weiter. Also vielleicht war das ja auch nur Mittel zum Zweck, Mann, weil zu sagen, ich drehe dem Ding komplett, kehre ich dem Rücken zu, das finde ich schon überraschend, ehrlich gesagt. Das ist eine spannende These. Ja, kann sein. Kann natürlich sein, dass er es nie gelebt hat. Ich folge zum Beispiel jetzt GSP auf seinem Kanal bei Instagram und so und so richtig viel mit MMA macht er auch nicht mehr. Ja, der macht schon viele Seminare und so Kram. Den sehe ich, ich folge dem auch und der ist ja fast jede Woche auf irgendeinem Seminar, Alter. Ja, ich habe immer das Gefühl, der macht so seinen Turnkram und seinen Eisbäder und so und ansonsten, ja, macht er das so ein bisschen nebenbei. Aber was, also, was ja beide im Prinzip gemein haben, ist, die haben MMA durchgespielt und die waren so weit oben, dass man sagt, es gibt nichts mehr zu erreichen. Jetzt hat er im Prinzip nicht nur MMA als Kämpfer durchgespielt, sondern auch als Trainer, hat er einen UFC-Champion erschaffen, gemacht, wie auch immer. Vielleicht ist er einfach, ist das keine, vielleicht fehlt ihm da die Herausforderung. Das wäre jetzt meine, meine Konter-Theorie zu deiner, dass er sagt, okay, ich habe jetzt alles erreicht und das, was ich jetzt noch investieren müsste, um zumindest das Level zu halten, so viel, dass mich das einfach nicht mehr motiviert und dann mache ich lieber positivere Sachen. Wäre auch eine, wäre auch eine Möglichkeit. Ach ja, Konzilias schreibt, Karate Combat, aber das ist nicht MMA. Karate Combat vom Hintergrund von GSP, da ist er eben involviert, aber es ist halt nicht MMA. Also deswegen, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Blick in seinen Kopf und finden das raus, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wollen wir mal zu den Dreamfights kommen? Auf jeden Fall. Ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Also es gab natürlich auch mehrfach Nennungen, viele Paarungen sind sehr, sehr häufig gefallen. Einige waren, glaube ich, auch No-Brainer. Natürlich werden wir auch über die sprechen, aber ein paar, die mir ins Auge gestochen sind, das waren die, die ich selbst auch so auf meiner Liste gehabt hätte, so auf meiner im Kopf, sage ich jetzt mal. Samson Itze zum Beispiel. Nico Samson Itze ist sehr, sehr oft genannt worden. Der ist ja immer noch auf dem Weg der Verbesserung, wird aber in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach wieder zurückkehren, hat ja interessanterweise Geburtstag gehabt bei NFC 11 im Dezember. Wird dieses Jahr wahrscheinlich sein Comeback feiern, wenn alles gut geht. Und ein Kampf, der ein paar Mal genannt wurde, war Samson Itze gegen Trabelsi 2. Und ganz ehrlich, ich finde, das wäre irgendwie für beide Kämpfer eigentlich der perfekte Fight. So, weil Momo kommt jetzt aus zwei Niederlagen, eine gegen Koga, wo du sagen kannst, komm, hat es versucht, aber hat da nicht geklappt. Und jetzt zuletzt, wie gesagt, im Dezember auch nochmal verloren gegen Panteley. Also eigentlich guter Einstieg für Samson Itze und umgedreht, aber Samson Itze auch für Momo vielleicht einen Kampf, weil da hat er ja so ein bisschen das, aus dem ersten Kampf, du hast es ja selber erlebt, dass die tunesischen Knochen waren zu hart und so ein Kram hat er ja erzählt. Also ich glaube schon, dass er mit breiter Brust aus diesem Kampf rausgegangen ist, auch wenn er den ja im Grunde nicht selbst gewonnen hat, sondern eher durch eine Verletzung des Gegners gewonnen hat. Ich glaube schon, dass er Selbstbewusstsein aus diesem Kampf mitgenommen hat. Also für ihn vielleicht auch ein guter Kampf, um zurückzukommen, oder? Was meinst du? Ja, und man hat auf der einen Seite die Möglichkeit zu sehen, weil im ersten Kampf war es ja schon so, Momo hatte seine Momente, aber insgesamt wirkte doch Samson Itze wie der überlegene und dann könnte man gucken, okay, ist das noch so? Also win or lose, ist dieser selbe Eindruck, der Kampferlauf, die Dynamik des Kampfes, stilistisch, verhält sich noch so? Oder hat Samson Itze was verlernt? Hat er was dazugelernt? Ist Travail sie besser geworden? Also das ist insofern aus Samson Itzes Sicht ein sehr, sehr spannender Kampf. Und ja, Momo mit einem Sieg über Samson Itze wäre definitiv wieder den Anschluss an die Spitze geschafft sofort. Ja. Mich hast du überzeugt und auch ihr da draußen. Also das Comeback von Nico ist definitiv eins der Dinge, auf die ihr euch am allermeisten freut da draußen. Und da seid ihr in guter Gesellschaft. Mich könnt ihr da mit dazuzählen. Ich würde mich auch sehr freuen, den Bruder wieder in Action zu sehen. Welcher Kampf ist dir denn besonders ins Auge gestochen in diesen Kommentaren da? Waren ja einige. Es waren einige und ich muss sagen, es waren natürlich auch einige dabei, die jetzt dieses Jahr ausgefallen sind. Arjan Topalai zum Beispiel gegen Maurice Adorf. Das ist so ein Ding, da würde ich mich auch freuen, wenn der nachgeholt werden würde. Auch wenn jetzt im Nachhinein so ein bisschen dann klar war, okay, die sind sich halt so lange nicht grün, wie sie irgendwie gegeneinander gematcht sind. Und danach war es aber auch schon wieder ein bisschen entspannter. Aber der Kampf hat was für mich. Der hat so dieses, vielleicht weil ich mit denen gemeinsam bei dem Trailerdreh war und dieses Knistern in der Luft gemerkt habe zwischen denen, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber auch Chiat Akipa gegen Arjan Topalai wurde genannt irgendwie. Also Chiat ist definitiv auch ein Mann, auf den ich mich freue. Und ich glaube, das würde einfach unglaublich knallen. Da bin ich auf jeden Fall auch am Start. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele gute Kämpfe da draußen, die man machen kann. Rematch Heine gegen Macht zum Beispiel ist so ein Ding. Ich liebe ja Geschichten. Die Geschichte fände ich großartig. Und auch da mach es an dem Punkt, wo er sich jetzt auch rehabilitieren muss nach den beiden Niederlagen in Folge. Und Heine kann sich von seiner Niederlage vorher, die ja ihm glaube ich auch so ein bisschen am Ego gekratzt hat, rehabilitieren. Das Ding wäre auch so ein Ding, das ich super gerne sehen würde. Wie ist es denn bei dir? Was sind so deine Favoriten? Also wir haben ja letzte Woche den Dennis Ilbay hier in der Sendung gehabt und konnten ja leider noch nicht über seinen Gegner sprechen, weil der Kampf im Grunde genommen schon mehr oder weniger unterschrieben war, aber der Gegner vertraglich noch an ein anderes Management gebunden und so. Und ein paar Tage später hatte sich das dann, ich glaube sogar nur zwei Tage später oder so, hatte sich das dann aber erledigt. Wir hatten den unterschriebenen Vertrag vorliegen und haben dann auch die Paarung veröffentlichen können. Dennis Ilbay bekommt es nämlich zu tun mit Chade Uccia, was für mich ein absolut Riesenfight ist. Chade mit Sicherheit einer der vielversprechendsten Federgewichtler überhaupt aktuell und dass der jetzt bei NFC unter Vertrag ist, nicht nur wegen diesem Kampf cool, den wir ja am 18.02. in Bonn sehen werden bei dem Event dort, Ilbay gegen Uccia, auch was für ein Fight für Dennis muss man mal sagen, gegen so eine Granate da zu debütieren ist echt schon stabil. Er hat ja gesagt, sein letzter Fight war sein erster echter MMA-Kampf, war auf dem Papier der dritte, aber er sagt der erste, wo er wirklich auch einmal im A kämpfen musste und dann jetzt im vierten direkt gegen den Uccia ran, bolle Wetter, also Respekt, dicke Eier, hat der Ilbay auf jeden Fall und die Tatsache, dass der Uccia jetzt bei NFC ist, eröffnet ja so viele coole Match-Ups. Ich meine, das Federgewicht ist ja die Gewichtsklasse eigentlich und da kannst du natürlich Fight machen und das haben einige auch reingeschrieben wie Uccia gegen Topalai, Uccia gegen Adolf und, 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 also Wahnsinn. Also das, da habe ich eigentlich, also dieses gesamte Hin und Her, in diesem Bermuda-Dreieck des Federgewichts sozusagen, finde ich super spannend. Ja, also Luka 29-09 hat jetzt, hat jetzt so ein Turnier vorgeschlagen und das stößt ja da, bläst ja ins selbe Horn, zu sagen, wir machen ein Federgewichtsturnier mit, wie du gesagt hast, Taran, mit Trabelsi, mit Topalai, mit Maurice, mit Abu Bakar Sabedow, mit Char Uccia und so weiter und so fort und Series-Finalisten zum Beispiel. Und die Series-Finalisten und das ist ja, das Geile ist daran, egal wen du da miteinander in den Ring stellst, du kriegst immer ein geiles Match-up und wie geil ist das Federgewicht? Das ist unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage in meinem Leben, aber es ist definitiv so. Das ist auf jeden Fall so. Besten Dank übrigens erstmal an PatteGS, der ein bisschen Patte rübergeschoben hat, nämlich Fünfer. Vielen, vielen Dank für den Support. Fighting und Ringlife sagt er. Beste Kombo, sportfrei. Genau, Ringlife wird ja ab März dann, also ab dem Dortmund-Event, ab 25. März, unser exklusiver Ausstatter sein. Das heißt, alle Kämpfer werden mit Ringlife-Klamotten und so reinkommen. Da freuen wir uns riesig drüber. Und ja, also diesen Turniermodus fände ich auch total geil. Fände ich richtig stark. Das Federgewicht bleibt mit Sicherheit spannend. Ansonsten, sehr, sehr oft ist ja der Name Lutherbach gefallen und Daniel F. schreibt es ja auch nochmal, Lutherbach kämpft ja auch für NFC. Das stimmt leider nicht, muss man sagen, der kämpft für Brave. Lutherbach ist ein Brave-Kämpfer. Das heißt, den können wir leider nicht verplanen, wie wir es wollen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Brave auch nicht unbedingt gewillt ist, den so einfach gehen zu lassen, weil die natürlich auch gemerkt haben, dass sie da einen ganz schönen starken Namen verpflichtet haben. Aber es gibt trotzdem eine Menge guter Paarung, die man bringen kann. Also Smollik beispielsweise ist einer, der euch auch immer zu triggern scheint, der ist sehr gekommen. Eckerlin gegen Smollik beispielsweise. Aber ich könnte mir auch Kämpfe vorstellen, wie Smollik gegen unseren Rischer, gegen Emilio Kisua. Der Kampf war ja schon mal angesetzt für GMC. Wer weiß, vielleicht sehen wir den sogar mal bei uns. Da hätte ich auch nichts einzuwenden, Andreas Kalitakis. Shut up and take my money. Auf jeden Fall. Also die beiden können gut die Werbetromme rühren. Die beiden haben einen Stand-Up-Stil, der verspricht irgendwie attraktiv zu werden für die Fans. Das sind große Jungs. Ja, let it rain. Würde ich sagen. Ein Kampf, der auch häufiger irgendwie gefordert wurde, der jetzt auch hier von Benny Corleone einmal im Chat geschrieben wird, aber auch bei Insta häufiger erwähnt wurde, war Khalitha gegen Fabot Iranijad. Unabhängig davon, wie jetzt der Kampf in Dortmund läuft, am 25. Let it go. Auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall da draußen am Start und bin extrem happy, dass wir eine MMA-Landschaft haben in Deutschland, wo wir so viele Möglichkeiten haben für gute Events und für gute Match-Ups. Und ja, die Leute interessieren sich dafür. Ich meine, früher hatten wir scheiß Events, auf denen manchmal grandiose Match-Ups waren, die keinen interessiert haben, weil die irgendwo im hintersten Timbuktu stattgefunden haben in einer Sporthalle mit 300 Zuschauern und nur so der ganz kleine Kreis der MMA-Community hat sich drüber gefreut. Aber jetzt mittlerweile hat das ja echt eine ziemlich große Ausmaße angenommen. Finde ich geil. Ja, absolut. Und ich sage mal, einer wie Max Merten, der hat natürlich jetzt das absolute Luxusproblem, beispielsweise im Bandheim-Gewicht mal auszuklamüsern, wo da die Reise hingehen soll. Wir haben jetzt am 18.02. in Bonn einen Titel Eliminato mit Kurschett gegen Darko Banovic. Das wird ein absoluter Kracher. Da hast du einen würdigen Contender. Du hast einen Khali Taha, der in März debütieren wird für uns. Da wird der Gegner übrigens auch jetzt bekannt gegeben in den nächsten Tagen. Dann hast du Fabo, der da irgendwo noch rumspringt, den wir mit Sicherheit auch nochmal verpflichten werden. Also das wird im Bandheim-Gewicht auch nochmal richtig, richtig spannend. Das hättest du wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass du das mal sagst. Nee, also und das ist ja das Schöne. Der MMA-Sport überrascht uns. Nicht nur immer sportlich, sondern auch von der Entwicklung der Szene und der ganzen Dynamik rund um den Sport gibt es ja auch mal was Neues. Also, dass wir jetzt in einer Umgebung sind, wo es noch andere Player gibt als die UFC. Das ist mittlerweile, also früher war klar, kämpfst du MMA, ist dein großes Ziel, irgendwann in der UFC zu kämpfen. Heute gibt es Leute, die sagen, ich will da gar nicht hin. Ich habe hier ein viel besseres Zuhause gefunden, bei One, bei PFL, bei Brave, bei Bellator. Und alleine, dass es eine Liste von Alternativen gibt für Kämpfer und für Fans, ist ja schon geil. Und dass es auch in Deutschland Leute gibt, die sagen, ey, ich habe Bock, ich habe Bock, das Ganze hier zu machen, dass wir fette Events haben in Deutschland, auch mit Octagon und so, die auch in Deutschland was machen, aber auch im europäischen Raum. Also das sind ja Sachen, die hätten wir uns ja vor ein paar Jahren überhaupt nicht zu träumen gewagt. Und deswegen, ja, ich freue mich, ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, eine Sache, die ich ganz gern noch mal ganz kurz erklären würde, weil die Frage jetzt hier ein paar Mal gekommen ist. Wir hatten ja gerade erwähnt, dass Ringlife, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt erzählt, ab März die Veranstaltung von uns ausstatten wird. Vielen, vielen Dank an Edmon, der da mit uns gemeinsam diesen Weg gehen wird. Ich glaube, das ist eine super Kombo, die für jede Menge Spaß sorgen wird. Und da kam jetzt ein paar Mal die Frage im Chat, was ist denn dann mit Top Ten? Sind die dann nicht mehr Sponsor? Top Ten wird dann natürlich nicht mehr, ist aber auch, also wir haben uns da jetzt nicht im Schlechten oder so getrennt, sondern der Vertrag lief nur bis jetzt sozusagen. Dann haben wir mit verschiedenen Herstellern verhandelt, auch mit Top Ten natürlich. Aber das Angebot von Ringlife, das hat einfach gepasst, wie die buchstäbliche Faust aufs Auge. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich Top Ten weiterhin freundlich verbunden hier. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja noch die ein oder andere Kooperationsmöglichkeit, vielleicht für den Podcast oder für irgendwas anderes. Müssen wir mal gucken. Also genau, da ist das Thema abgehackt. Bleibt eine Sache nur noch zu klären. Jetzt haben wir die Traumpaarung der Zuschauer, der Schlagwort Nation so ein bisschen diskutiert. Hast du denn eine Traumpaarung, Andreas Ganyutakis, für dieses Jahr? Ich habe ja schon ein paar Sachen genannt. Ich habe ja gesagt, dass ich tatsächlich auch, wie du und viele andere da draußen, im Prinzip alle Fehlergewichtsduelle als Traumpaarung ansehen muss. Ich finde dieses Mollik-Rixer-Idee ziemlich geil. Wer weiß, vielleicht tun sich ja mit Mittel und Wege auf, in diesem Jahr das zu machen. Tja, und ansonsten, ich freue mich extrem auf das Comeback von Maurice Adorf. Das wird auch cool. Und schauen wir mal, wie es denn jetzt werden wird. Und da können wir ja heute nochmal mit unserem Gast drüber sprechen, mit Tasso, ob das denn überhaupt nochmal realistisch sein könnte. Könnten wir ja auch mal den Grundstein legen heute. Es gibt so viele Sachen, auf die ich mich freue dieses Jahr. Deswegen, ich kann das nächste Event kaum noch erwarten. Und richtig aufgeregt bin ich, was das übernächste Event angeht, 25.3. in Dortmund. Ich glaube, das wird nochmal so ein Meilenstein. Was hältst du von einem Kampf, weil das wäre so ein Favorit von mir, von einem Kampf Holodenko gegen Zendeli. Sofort, würde ich sofort machen. Fände ich nämlich auch richtig stabil. Ja. Vielleicht ist das ja ein Kampf, den man dieses Jahr noch irgendwie sehen wird. Ich glaube, das wäre ein Riesenfight für beide. Zwei im Prinzip, ja, Eigengewechsel kann man fast schon gar nicht sagen, weil Holodenko ja im Prinzip das einen Kampf gemacht hat für uns, aber irgendwie assoziiert man den ja auch schon mit uns. weißt du so. und Florimir sowieso nach der Series. Also das wäre auch ein Fight, auf den ich richtig Bock hätte. Auch stilistisch würde mich das total interessieren. Ja, also es gibt einige coole Paarungen. Also wir haben gar nicht alle angesprochen, die ihr da gepostet habt. Nee. Aber ich glaube, das würde auch den Rahmen der Sendung sprengen. Ja, irgendwo sind wir dann auch mal fertig mit der Zeit, weil wir haben ja noch Leute, die wir in der Pipeline haben für ein Interview und die wollen wir auch gar nicht allzu lange warten lassen. Aber was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist euch noch ein bisschen zusätzlich heiß machen auf das, was euch in Dortmund erwartet am 25.03. Falls ihr noch keine Karten habt, die bekommt ihr natürlich bei uns fighting.de slash Tickets und was ihr da zu sehen bekommt und warum ihr hier hingehen solltet, das wollen wir euch gleich noch ein bisschen zeigen. Vladimir Polo Denko das sieht gut aus. Und wenn ich hier im Chat mal lese, wo ihr alles herkommt, um euch diesen Kracher-Event reinzuziehen am 25.03. in der Westfalenhalle in Dortmund, dann kriege ich eine Gänsehaut aus dem schönen Schwarzwald, aus Hamburg und, und, und. Also über 500 Kilometer Anreise teilweise für einen MMA-Event, das ist schon stabil. Wir haben zu Ran-Fighting-Zeiten mal eine Umfrage gemacht oder mal eine Erhebung gemacht unter unseren Ticket-Käufern. Da haben wir rausgekommen, dass im Schnitt man nicht weiter als 100 Kilometer fährt für eine Veranstaltung. Das ist natürlich dann eine Ansage, wenn da Leute aus dem Schwarzwald nach Dortmund gebrettert kommen und aus Hamburg. Things change und wir haben ja, also wir können ja auch über die Ticket-Portale sehen, woher die Ticket-Käufer kommen so und das ist schon in Dortmund anders. Also ich muss sagen, da hat man schon gesehen, dass sich das einfach viel weiter verteilt über Deutschland hinweg und ja, ich sag ja, Dortmund wird groß und Kevin Seedy fragt das hier, sind eigentlich noch Tickets verfügbar? Klar gibt's noch Tickets, aber ja, die Guten sind immer zuerst weg und wer weiß, wenn's läuft, dann habt ihr vielleicht irgendwann, beißt ihr euch in aller Wertesten, dass ihr nicht früher gebucht habt, also haut mal rein. Ja, zumal, also der 18.2., da hast du natürlich auch definitiv eine realistische Gefahr, dass das Ding in den nächsten Wochen ausverkauft ist in Bonn, denn da ist die Kapazität ja begrenzt. In der Westfalenhalle ist die Gefahr eines Ausverkaufs jetzt erstmal nicht so akut, weil die Halle einfach sehr, sehr groß ist, aber wie es Andreas gerade gesagt hat, also die besten Plätze, die gehen natürlich als erstes weg, das Parkett ist, glaube ich, so gut wie ausverkauft, gibt jetzt in Anführungsstrichen nur noch Rang, wobei ich persönlich sowieso lieber Unterrang sitze als Parkett, ehrlicherweise, aber ja, da ist für jeden Geldbeutel was dabei, schaut mal nach, fighting.de slash Tickets am 25.3. in der Westfalenhalle in Dortmund, das wird einer der größten Events des Jahres und dort werden wir wahrscheinlich einen jungen Mann sehen, Andreas Kaniotakis, den wir leider bei der letzten Veranstaltung im Dezember ganz und gar nicht gut ging, er sogar ins Krankenhaus musste, was natürlich also eine extrem bittere Nachricht war, nicht nur, weil der Kampf ausgefallen ist, sondern weil wir natürlich auch unseren Kämpfern nur die beste Gesundheit wünschen und er ist jetzt wieder einigermaßen gesundet, auch wenn der Pipeline nicht gerade sehe, dass seine Kamera ausgestiegen ist, nee, jetzt ist er wieder da, Max Holzer ist der junge Mann, von dem ich spreche, der erst seit wenigen Tagen wieder auf dem Damm ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich meine, der Event war am 19. Dezember, das ist mittlerweile schon gut drei Wochen her, also das hat schon relativ lang gedauert, bis er sich wieder erholt hat, wir werden jetzt mit ihm darüber stimmen, was genau da vorgefallen ist und wie es mit ihm weitergeht, hier ist er der großartige Max Holzer, sei gegrüßt, mein Lieber. Hallo, na, wie geht's, alles gut? Jo, immer gut, wie geht's denn dir? Das ist ja die viel wichtigere Frage, würde ich sagen. Ja, ich bin mittlerweile auch schon wieder seit drei Tagen im Training und soweit funktioniert alles, so wie wenn man halt krank gewesen ist und ja, soweit habe ich mich wiederholt. Aber das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit, also das Event ist ja am 17. 12. gewesen, damit es den 8. Januar. Man muss auch sagen, ich bin halt auch krank geworden danach, weil mein Immunsystem wahrscheinlich so geschwächt war, generell mein ganzer Körper, da habe ich eine fette Grippe bekommen und war halt damit krank. Erzähl uns doch vielleicht erstmal oder für alle, die gar nicht so richtig im Thema sind, ich habe ja jetzt die Eckdaten schon mal genannt bei der Vorstellung, aber beschreib uns mal, was genau ist da passiert im Dezember? Ich habe eigentlich ganz normal mein Gewicht gemacht, es war auch erstmal gar kein Problem, das Gewicht ist einfacher runtergegangen als sonst, weil ich vorher schon eine sehr gute Diät gehalten habe, auch über die ganze Vorbereitung schon und dann irgendwann, als noch 200 Gramm gefehlt haben, wollte nichts mehr runtergehen und ich habe dann über Stunden probiert, diese 200 Gramm noch zu verlieren, aber es ist nichts mehr runtergegangen, also insgesamt habe ich dann noch 20 Gramm verloren, aber ich glaube auch, das im Endeffekt hat mich dann kaputt gemacht, weil vorher war es gar kein Problem, ich weiß nicht, ob mein Körper den Schutzmechanismus eingestellt hat oder was da passiert ist, aber vorher war es eigentlich kein Problem, ich habe das Gewicht gemacht, ich habe mich besser gefühlt als sonst, ich war fit und dann 200 Gramm sind nicht mehr runtergegangen und ich hätte an dem Punkt irgendwann einfach sagen müssen, ja egal, dann verpasse ich halt einfach das Gewicht und aber ich finde sowas halt mega unprofessionell, deswegen habe ich es trotzdem noch auf Wiegen und Brechen immer weiter versucht und ich glaube, das war dann im Endeffekt auch das, was mich da auseinandergenommen hat. Ja, auseinandergenommen ist ein gutes Stichwort, du nimmst auch gerade unsere Technik hier ein bisschen auseinander, irgendwie seitdem du im Call bist, spinnt die Bandbreite, deswegen wundert euch da draußen nicht, dass Max Bild immer wieder springt, das liegt einfach daran, dass wir eine sehr unstete Bandbreite haben und das Programm, das quasi immer versucht neu einzustellen. Khan ist im Hintergrund, der hat sogar schon seinen Döner-Teller zur Seite geschoben und versucht hier mit Leibeskräften der Technik Herr zu werden. Er ist schon aufgestanden aus dem Bett sogar dafür extra jetzt, um es hat sich wirklich richtig, äh, okay, das will was bedeuten, Max. Ja, das ist unfassbar, das ist unfassbar. Also, das, ja, das klingt natürlich erstmal, also katastrophal und wir, wir haben, also, auch nochmal vielleicht zur Erinnerung für alle, ich meine, das war eine Veranstaltung, die ohnehin schon von Verlusten gebeutelt war ohne Ende, als wir diese Nachricht bekommen haben. Dieses kam bei uns erstmal nur an, Weightcut geschafft, aber geht gut und kann nicht runter zum offiziellen Wiegen, ich glaube, oder zum offiziellen Stairdorn, was wir immer noch machen. So, da waren wir natürlich erstmal alle bedient und dachten uns, scheiße, was hat der denn? Schickt mal einen da hoch und geht mal nach ihm gucken, wie es ihm denn geht, so. Dann ist einer da hoch und die nächste, also zu dir ins Zimmer und die nächste Nachricht, die wir gehört haben, war, der muss ins Krankenhaus, Alter. Wie, ab wann ist das entschieden worden? Woran hast du erkannt, okay, ich kann auf keinen Fall hier in diesem Hotelzimmer bleiben und wie ging es dann weiter? Weil das ist ja, das ist ja schon akut. Das Ding ist, dass ich nach dem Weightcutter halt erstmal probiert habe, mich wieder aufzuladen, sozusagen. Also ich war nach dem Cutter komplett geschafft. Ich habe dann halt nur noch im Bett gelegenmäßig, so eine Infusion haben wir auch halt gelegt und ja, erstmal probiert nochmal mit, wie man das halt macht, Babybrei und halt so leichter Nahrung, erstmal nur ein bisschen was trinken und so aufzuladen. Aber dann abends, so, da konnte ich kaum noch aufstehen. Ich bin auch da ein paar Mal weg gewesen, so ohnmächtig geworden. Ich habe alles doppelt gesehen, auch schon nach dem Cut und ja, und ab dem Zeitpunkt war uns halt klar, dass es nicht funktioniert, weil wenn ich nicht mal aus dem Hotelraum rauskomme, um mich unten einzuwiegen, natürlich, niemand wollte diesen Kampf mehr als ich. Ich habe mir da einen Arsch aufgerissen, um da zu kämpfen, aber da musste man halt auch einfach realistisch sein und ich habe die ganze Woche danach meinen Körper, ich habe dann auch im Krankenhaus nochmal eine Infusion bekommen, mehrere, und ich hatte dann mehrere Tage danach auf einmal 80 Kilo, so was ich vorher in meinem Leben noch nie gewogen habe. Und mein Kopf war so fett wie sonst was, mein ganzer Körper war aufgeschwemmt, ich sah aus wie so ein Fettsack, das ist dann auch alles wieder weggegangen, aber ja, so was funktioniert halt eigentlich nicht. Das ist, ich weiß nicht, woran das dann gelegen hat, der Körper hat alles wieder aufgesaugt, irgendwas ist da grundlegend gereist geworden oder sonst was. Ich habe mich dann natürlich auch abchecken lassen und so, ich habe keine Organschäden oder irgendwelche Sachen, die jetzt langzeit irgendwelche Folgen hinter sich ziehen würden, aber ansonsten, ja, ist halt Scheiße gelaufen. Oha, das klingt ja wirklich wie so eine extreme Reaktion des Körpers auf eine extreme Situation, in die du ihn da gebracht hast und das da einfach überkompensiert und alles an Flüssigkeit aufsaugt, was du ihm da über die nächsten Tage gibst. Ich meine, so ein bisschen kennt man es natürlich vom Weight Cut im Nachhinein, aber in der Intensität ist schon was Besonderes. Kann man denn ausmachen, woran das lag? Weil du hast ja gesagt, im Vorfeld alles super, ihr habt eigentlich alles richtig gemacht, gibt es irgendwas, was du irgendwie im Nachhinein auch als Grund identifizieren kannst, wo du sagst, Mensch, ich denke, wenn man, also, weil am Ende des Tages muss ja eigentlich der Anspruch sein, sowas zu verhindern beim nächsten Mal. Also, was kann man beim nächsten Mal tun, damit das nicht nochmal passiert? Ja, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall jetzt schon alleine gucken, dass ich in Zukunft auch leichter rumlaufe und einfach auch weniger cutten. Das war jetzt nicht übertrieben, aber trotzdem muss ich im Endeffekt sagen, sonst ist mir das nicht passiert, sonst habe ich sogar mehr manchmal gemacht und es war kein Problem, aber diesmal ist da irgendwie, man weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte es einfach sehen müssen, weil diese 200 Gramm, natürlich, wenn die nicht mehr runtergehen und über Stunden, dann sieht man ja auch, da passiert nichts, aber wenn man schon Kilos und Kilos gemacht hat in einer kurzen Zeit, was eigentlich wirklich easy war, dann hat man halt auch keinen Bock und ich war da voll in meinen Filmen und war so, ja, nee, das schafft man schon noch, ich habe auch keinen Bock, da das Gewicht zu verpassen, das ist unprofessionell scheiße, das schaffe ich schon noch irgendwie, aber ja, die 200, es war im Endeffekt, dass ich probiert habe, auf Wiegen und Brechen die 200 Gramm noch runterzukriegen, war im Endeffekt die scheiße. Also, bis zu dem Zeitpunkt hätte ich einfach gesagt, egal und hätte mich so eingewogen, dann hätte ich auf jeden Fall kämpfen können, aber ich glaube, das war dann das Problem. Jetzt, ja, jetzt haben wir hier, mach du ruhig. Ja, also wir haben uns ja in der Vergangenheit häufiger mal über das Kampfgewicht von dir unterhalten, es gab ja auch Herausforderungen, unter anderem von dem Schoen der Silva und so, weil du ja selbst mal angedacht hattest, vielleicht sogar ins Flüchtengewicht runterzuwechseln. Ist sowas jetzt komplett irgendwie abgehakt, das Thema? Und es kamen jetzt auch ein paar Fragen hier aus dem Chat, die sagen, bleibst du im Bantam? Oder wirst du vielleicht sogar hochgehen? Nein, nein, ich bleib im Bantamgewicht. Ich werde in Zukunft auch probieren, noch mehr über die E zu machen. Ich habe auch, im Endeffekt, ich glaube auch, ab einem bestimmten Punkt wird das Cut noch zum Nachteil, weil man halt geschwächt an den Kampf reingeht, weil man länger Zeit braucht, um sich da aufzuladen, zum Arsch ist. Ist jetzt nicht so, dass ich von Natur aus sonst wie viel wiege und dass ich das nie wieder schaffen könnte. Ich werde jetzt einfach leichter rumlaufen, weniger cutten, jetzt auch nichts mehr, aber halt weniger und ich glaube nicht, dass es nochmal ein Problem wird. Mit wie viel läufst du denn rum, fragt hier La Patera MMA. Das ist, wie nennt man das? Das ist ein Geheimnis. Nein, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich halte mein Gewicht eigentlich immer so 70 bis 72, 73. Ich habe auch schon mal 75 gewogen, aber das ist jetzt nichts, womit ich so in der Vorwaltung rumlaufe. Also ich bin jetzt nicht übertrieben schwer. Ich bin jetzt nicht der schwerste 61er, den es gibt. So, das ist jetzt nicht ein Riesending, dass ich Unmengen an Gewicht machen würde. Und ja, es war auch diesmal wirklich, ich hatte einen sehr guten Plan, das hat mit der Diät alles gut funktioniert. Man weiß auch, das kann man auf jeden Fall nochmal machen, nur dass man schon leichter anfängt. Aber es waren tatsächlich diese 200 Gramm, die mich da gekillt haben, weil vorher habe ich nichts gemerkt. Vorher war ich echt viel zu fit für einen Cut. So, ich war echt so, Alter, geil, das geht runter wie nichts, es war entspannt alles. Und dann, als ich angefangen habe, noch 200 Gramm drüber, dachte ich, ja, jetzt kein Problem mehr und das ist dann nicht mehr runtergegangen. Also, nichts hat sich nicht verändert. Wahnsinn. Und ich habe von sowas halt, also, was heißt, ich habe schon solche Storys gehört, aber dann wirklich, wenn man übertrieben hat, also wirklich, wenn man schon so viel Gewicht gemacht hat, dass es halt nichts mehr herzugeben ist. ist, also... Also, tatsächlich hat man solche Geschichten schon ein paar Mal gehört, gerade bei Kämpferinnen, wenn die ihre Menstruation haben. Deswegen jetzt vielleicht meine Frage, Max, hattest du deine Tage? Ich gebe es ja zu. Nein, also, aber jetzt mal ernst gemeinte Frage. Also, du warst dann im Krankenhaus und hast gesagt, dein Körper hat unglaublich viel Wasser gezogen, bis auf ein Körpergewicht von 80 Kilo sogar. Wie lang warst du im Krankenhaus? 80 Kilo, aber... Aber in die Nähe zumindest gekommen, was natürlich für einen Kämpfer, der bis 61 kämpft, ist natürlich schon ein großer Sprung. Und haben die Ärzte irgendwas gemacht? Haben die vielleicht irgendeine Diagnose gestellt oder haben die einfach nur den Kopf geschüttelt und gesagt, warum machst du auch so einen Schein? Ja, es war hauptsächlich nicht eine Scheiße gelaber. Muss man auch ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, da kamen nur so ganz komische Sprüche. Auch vorher, wir haben halt den Krankenwagen gerufen, die kamen da rein, das Erste, was kam. Wir meinten halt, der stark dehydriert halt, wie es das Hirn ist. Die meinten nur so, ja, wurden irgendwelche Steroide genommen. Die ganze Zeit haben sie irgendwelche Sachen erzählt und dann haben die mir halt auch Blut abgenommen, alles Mögliche da, um die Blutwerte zu testen. Und das hat dann irgendeine Praktikante gemacht, die hat dann noch zehnmal daneben gestochen. Dann meinte ich, ey, warum bin ich jetzt das Versuchkaninchen hier? Dann meinten die doch zu mir, ey, ja, irgendwo muss ich es ja lernen. Und das war eine ganz komische Sache. Das habe ich auf jeden Fall so nach dem Motto, wenn der stirbt, ist nicht so schlimm. An dem Gesundheitssystem. Naja, also vielleicht kurzer Tipp daraus, für alle Leute, die gerne Zugänge legen, lernen wollen. In dem Moment, wenn man dehydriert ist, sind die Adern ja schlecht sichtbar. Dann macht es vielleicht Sinn, das nicht in dem Moment zu lernen, sondern in dem Moment, wo jemand Zugang braucht, der nicht gerade stark dehydriert ist. Übrigens bekommst du auch hier in unserem Chat gute Tipps. Mohamed Walid sagt zum Beispiel, du sollst bitte ein bisschen mehr Salat essen. Ja. Und er hat auch gesagt, du sollst bitte das Gewicht machen und dann auftauchen beim nächsten Kampf. Es scheint so, als wolle da jemand gegen dich kämpfen. Ja. Hauptsache, er sagt diesmal nicht einfach wieder ab, wegen welchen Beinen, die da doch noch wehtun. Dann können wir auf jeden Fall kämpfen. Ja, also, es ist schön, dass du es ansprichst, denn du hattest natürlich einen tollen Kampf da im Dezember anstehen gegen den Ukrainer, aber Hand aufs Herz, den Feind, den wir alle sehen wollen und auf den du, glaube ich, auch selbst schon seit einiger Zeit Bock hast, ist der Kampf gegen Mohamed Walid, der ja auch schon so ein bisschen mit den Hufen schart. Ich habe ihn vor ein paar Wochen erst in Oberhausen gesehen. Der hat richtig, richtig Bock und der kommentiert ja auch fleißig, immer wenn du hier zu Gast bist. Das kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. Das können wir jetzt hier verkünden, oder? Der Feind steht für? Ja, für diese Westfalenhalle da, ne? Ich weiß jetzt gerade, das ist das Datum nicht genau, aber Der 25. März ist das. Ja, März, Ende März. Genau. Vertrag habe ich noch nicht unterschrieben, habe ich auch noch keinen bekommen, aber ich denke, das wird der nächste Kampf. Dafür muss man nicht einfach mögen. Ja, hier, diese Westfalen-Dingens da, ja. Es ist für andere Leute durchaus eine große Sache, Max. Ich weiß, dass du dein Training ernst nimmst, deswegen bin ich da entspannt. Und ja, da bin ich bei Marc tatsächlich. Ich freue mich enorm auf das Matchup, auch auf deinen Kampf generell, weil deine Kämpfe sind immer unterhaltsam. Und das wird eine gute Sache. Da freue ich mich drauf. Machst du irgendwelche besonderen Dinge denn, wenn du weißt, dass du gegen Mohamed Walid kämpfst, irgendwelche Ninja-Geheimtechniken? Nee, nee. Die werden nicht nötig sein. Einfach gucken, dass ich leichter anfange, in den Cut rein gehe und das Training, ja, so wie man es halt macht. Ja. Keine Besonderheiten. Da gibt es nicht viel zu sagen. also, bevor wir dich jetzt hier sozusagen vom Haken lassen, das würde ich ganz gerne noch zu Ende erzählen, die Geschichte. Du bist dann aus dem Krankenhaus rausgekommen, nach, was, einer Woche? Oder wie lange warst du denn da drin? Nein, nein. Ich habe halt gewartet, bis ich mit der Infusion und so wieder halbwegs laufen konnte. Und dann bin ich halt so später in der Nacht halt wieder zurück in sich hergegangen, um dann auch wieder was zu essen, zu trinken und so. Das kriegt man ja hinten alles nicht. Also, verständlicherweise natürlich, ich will jetzt hier nicht sagen, ein Krankenhaus müsste irgendwie ein Hotel sein, aber ja. Ja. Und dann hast du dir eine Erkältung zugezogen? Oder was hast du für eine... Weil du sagst, du bist seit drei Tagen wieder im Training. Das ist ja dann schon... Das hat dich ja relativ lange ausgenockt, diese Situation. Wie ging es dann weiter? Ich war bestimmt eine Woche nach dem Kampf noch am Arsch vom Cut. Und dann, als mir halbwegs wieder gut ging mit diesen Wasseranspeicherungen, als mein Gewicht wieder runtergegangen ist, dann hatte ich da auf einmal die dickste Grippe, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich habe mir da die halbe Lunge rausgehustet, gefühlt. Das war übertrieben. Ja, Fieber, alles gehabt. es war... Keine Ahnung. Ich bin selten so krank gewesen. Also... Ja. Und ja, aber jetzt geht es wieder. Es hat erst... Erstmal gut, gut, dass du wieder da bist. Ja, es ist erst wieder besser geworden, als ich mir ein Antibiotika geholt habe. Ja, vorher ist es immer nur noch schlimmer geworden, aber jetzt, Gott sei Dank, wieder gut. Drei Tage bin ich auch schon wieder im Training und ja, ich fühle mich jetzt nicht schlecht, so als hätte ich zehn Jahre nicht trainiert, aber natürlich merkt man, dass man krank war. Okay, na dann hoffen wir, dass es von hier aus stetig bergauf geht bis zum Fight in Dortmund am 25.03. Vielleicht schreibst du es dir nochmal auf. Nicht, dass du dir für den Tag was anderes vornimmst. Und ja, ich freue mich weiterhin von dir bestens unterhalten zu werden. Ich finde ja jedes Gespräch mit dir extrem unterhaltsam. Das Einzige, was noch unterhaltsamer ist, sind deine Kämpfe. Deswegen, freue ich mich sehr, dass du auch da im Start sein wirst in Dortmund. Wir haben eben schon mal gesagt, ich glaube, das wird eine richtig große Angelegenheit. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Freunde, Mama, Fans, grüßen? Ich grüße Onkel Rexy. So, und das war's. Okay, Rexy. Ja, vielleicht hast du ja sogar noch ein Wort übrig für den Mohamed Walid, auf den du ja nun offensichtlich treffen wirst am 25.03. Tickets gibt es übrigens unter fighting.de slash tickets, denn der, und die Frage kam ein paar Mal, ja, es ist der Mohamed Walid, die hat da hier auch gerade im Chat fleißig mitkommentiert, der schaut dir also gerade zu, du kannst theoretisch noch direkt eine Nachricht an ihn richten, der sagt, Mensch, ich schaffe ihn einer nach sechs Kilo zu machen, du schaffst nicht mal 200 Gramm und er wäre jetzt schon heute direkt bereit, gegen dich zu kämpfen, also das war sozusagen seine halbhohe Flanke in den Strafraum. Ja, wenn man nur 20 groß ist, dann ist es auch nicht ein Problem, auf 61 zu kommen. Ne, ich habe nichts Besonderes zu sagen, einfach vorbereiten und dann gekämpft, fertig. Sehr gut. Max, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, immer wieder ein Fest, wenn du hier uns beehrst im Podcast, wir sind natürlich froh, dass du wieder gesund bist und freuen uns auf den 25. Dritten in der Westfalenhalle in Dortmund, vielen, vielen Dank, der großartige Max Holzer. Ciao, ciao. Gruß. Schau rein. Was für ein geiler Typ, aber was für eine krasse Story auch, Andreas, keine Tage. Ich meine, du bist ja nun schon, also du selbst musstest natürlich nie oder selten viel cutten, aber du bist natürlich extrem viel auch unterwegs gewesen in den Ecken als Betreuer von vielen Hochkarätern, die natürlich cutten mussten. Ist dir sowas schon mal untergekommen, dass ein Cut so, also trotz, also so wie er es jetzt beschrieben hat, ist ja doch alles eigentlich richtig gemacht worden und man hört es ja immer mal wieder, dass obwohl eigentlich alle Parameter und alle sozusagen Tricks sozusagen angewendet werden, es trotzdem nicht funktioniert. Hast du das schon mal in so einem Ausmaß erlebt, dass der Körper dann so streitet? Ja, ich habe das bei Ruben mal erlebt, da ging es tatsächlich auch nur irgendwie mal 100 Gramm, aber das, also der hatte, ich weiß nicht wie viele Weight Cuts schon hinter sich und der war so jemand, der mir noch sehr viele Sachen übers Cutten beigebracht hat, der war einfach ein absoluter Ernährungsnerd und kannte seinen Körper extrem gut, hat auch Buch geführt über alles und ja, du machst es zehnmal, beim elften Mal machst du genau dasselbe und auf einmal reagiert dein Körper anders und das, also es ist tatsächlich, nicht immer nur dann, wenn Frauen ihre Periode haben, sondern das passiert, manchmal ist dein Körper anders eingestellt, weiß ich nicht und ja, das haben wir hier und da auch schon mal in der UFC erlebt, manchmal reagieren Körper anders und das ist letzten Endes ein großes Mysterium, sowas kann passieren, aber das ist natürlich auch gefährlich, also das Kämpfen an sich ist gefährlich, aber viel gefährlicher ist eigentlich der Weight Cut, aber ich glaube dann an dem Punkt, jemanden an der Seite zu haben, zu sagen, hey Leute, wir müssen jetzt hier einmal Stopp machen, weil ansonsten wird es so gefährlich, das ist schon sehr, sehr wichtig, ja und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da den Bogen spannen, zu jemandem, der die letzten 200 Gramm unbedingt schaffen wollte und das nicht geschafft hat und sich deswegen fertig gemacht hat, sodass er ins Krankenhaus gekommen ist, zu einem Mann, der vielleicht die kontroverseste Figur war, rund um die letzte Veranstaltung, die wir am 17.12. hatten und das, obwohl er gar nicht gekämpft hat und jetzt bin ich extrem gespannt, was er zu erzählen hat und Marc, weil es deine Aufgabe ist, hol doch unseren nächsten Gast rein. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass Anastasios Razzio-Jadis heute bei uns zu Gast ist, denn wir haben über diesen verpatzten Weight Cut von der letzten Veranstaltung ja schon groß und breit gesprochen, wir haben im Grunde jeden Beteiligten zu Wort kommen lassen, inklusive auch Maurice Ardorf, der wahrscheinlich am ehesten davon auch betroffen war, der natürlich total angefressen war, nur einen nicht, nämlich Tasso und das gehört sich nicht, der soll natürlich auch seine Sätze hier sagen dürfen, wir hätten das Ganze auch schon viel für er gemacht, aber wir haben eine Aktion abgewartet, die ich persönlich sehr, sehr löblich finde, Tasso hat nämlich einen Weight Cut bei sich zu Hause gemacht, einen Test-Weight Cut sozusagen, um zu schauen, oder um sich selbst und allen anderen auch zu beweisen, dass er dieses Fehlergewicht damit schaffen kann, und genau diesen Test-Weight Cut haben wir abgewartet, der ist geglückt und jetzt haben wir ihn heute hier in der Sendung, der großartige Tasso, Anastasios Razzioriades, sei gegrüßt, mein Lieber. Hallo zusammen. Ja, Tasso, Andreas hat es ja gerade gesagt, kontroverse Figur, die Leute waren sehr, sehr angefressen, dass der Kampf nicht stattgefunden hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, also uns ist ja ein paar Tage vor dem Event Islam Dulatov weggebrochen, der den Hauptkampf machen sollte, Riesenfight, Titelkampf und so weiter, aber das Echo war gar nicht so schlimm. Die meisten haben ihm gute Besserung gewünscht, alles okay und also der Aufreger war gar nicht so groß, aber als dann der Adolf-Tasso-Kampf weggebrochen ist, da habe ich gedacht, die zünden uns den Laden an. Also das ist natürlich einerseits auch ein Lob für dich irgendwo, weil die Leute echt Bock hatten auf diesen Kampf, also mich eingeschlossen, ich habe da richtig Bock drauf gehabt. Am Ende hast du dann natürlich, aber war es natürlich der Prügelklave der Nation, weil alle gesagt haben, Mensch, der Tasso, wie kann der das denn bringen? Jetzt erzähl uns doch bitte diese Geschichte erst mal aus deiner Sicht, was genau ist an diesem Tag passiert? Also bezog auf den Wait-Card. Also von Anfang an zu stellen, es war meine Schuld, es war mein Fehler, das auf jeden Fall gebe ich zu. Es war so, das war die Kampfwoche, sage ich mal, es ist nicht so gut gelaufen mit dem Schwitzen und dem ganzen Karten, weil ich wurde ein bisschen krank und es hat sich alles zusammen gepasst, soll ich jetzt keine Ausrede sagen. Bei uns auf jeden Fall, besser gesagt von mir und dann am Waagetag dachten wir, dass wir jetzt einfach alles rausholen müssen, aber da hat es einfach nicht funktioniert. Also der Körper wollte nicht das Wasser geben, sage ich mal und wir haben alles probiert und dann haben wir uns ein bisschen vereinigt aufeinander in Gewissklasse, 67 Kilo und ja, hin und her nach den ganzen Katzen und nach den ganzen Saundurchgängen haben wir am Ende leider nur 68,3 geschafft und ja, so wurde der Kampf nicht statt. Jetzt für mich nochmal irgendwie zum langsamen Mitschreiben, weil das ist ja auch was, wo die Timeline aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also generell ist, glaube ich, von den Zeiten her selten etwas so wichtig im Leben eines Kämpfers wie der Tag der Waage. Also da geht es ja wirklich um Minuten für manche Leute und manche Leute sind so gut, dass die wirklich nur, sagen wir mal, 20 Minuten, halbe Stunde das Gewicht haben und dann aber auch schon wieder mit dem Aufladen beginnen. Also da ist ja alles sehr sensibel. An welchem Punkt war euch denn klar, weil das ist nämlich auch ein Vorwurf, der an vielen Stellen irgendwie aufkam, wenn die doch gewusst haben, die schaffen das Gewicht nicht, warum haben die nicht vorher Bescheid gesagt? Dann hätte man sich vielleicht vorher darauf einstellen können, dann hätte vielleicht auch Maurice gar nicht das Gewicht machen müssen, aber er war ja auch so angefressen, weil er gesagt hat, ey, ich habe mir den ganzen Kram gegeben, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich wenigstens gesagt, okay, der mag auch zwei Kilo weniger. Also wann war für euch klar, wir schaffen das nicht? Das war echt wirklich am Wagetag, weil ich bin eine Person, die eigentlich viel am Wagetag macht. Auch bei meinen anderen Kämpfen habe ich viel am Wagetag immer gemacht. Es hat doch immer alles gut funktioniert, aber abseits nicht, hat es gar nicht funktioniert. Gut, da hatte ich auch ein Kilo mehr als geplant, aber er dachte mir, ein Kilo kriegen wir noch runter, aber da hat es gar nicht funktioniert. Also ich bin sehr früh auch aufgewacht, ich war schon um sechs Uhr morgens in der Sauna drinne und bis dahin haben wir es echt probiert, aber da ging es einfach nicht. Da ist sich alles genau gut gelaufen. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein oder irgendeine Ausrede. Wie gesagt, die Schuld sehe ich ein und ich weiß nicht und ich habe mich auch deutlich bei jedem entschuldigt und ja, es war einfach nicht wie geplant. Es ist irgendwie halt daneben gegangen diesmal. Hat doch nicht vorher in der Woche nicht schon mal gut angefangen, weil es ein bisschen erwischt hat, habe ich da nicht hinbekommen, richtig mein Gewicht zu machen, aber weil ich den Kaffee nicht absagen wollte, habe ich mir gedacht, das kriege ich hin. Jetzt gab es ja verschiedene Versionen, wie viel Kilo du am Ende tatsächlich hattest. Also das Erste, was rauskam, war, der ist fünf Kilo zu schwer. Dann kam, ich glaube, aus eurer Ecke, also aus der Ecke deines Teams in dem Moment, es waren nur in Anführungsstrichen 1,1, irgendwas. Jetzt hattest du gerade, dann hatten wir mit Maurice Adolf gesprochen, der gesagt hat, naja, Moment, 1, irgendwas über diesen danach vereinbarten Catchweight, was ja in Summe dann trotzdem fast vier Kilo sind und du hattest jetzt nochmal eine komplett andere Zahl gesagt, ich glaube 68,3 oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich, dann korrigiere mich gerne. Wie viel hattest du genau? Also am Ende des Tages, Max Merten und die Gauern waren ja auch dabei bei der Waage, hatte ich auf der Waage steht 68,3. Das war das letzte Gewicht, wo ich mich angewogen habe. Da war der Max Merten dabei und die Gama auch. Das war das letzte Gewicht. Also zweieinhalb Kilo über dem Federgewichtslimit, wenn man so will. Genau, wenn man so will. Und wo kommt dann diese fünf Kilo oder viereinhalb Kilo Geschichte her? Wo kommt das her? Also wenn man das genau das raken, war das ja so, wir haben uns gewogen und der Maurice, der kam ja mit das 65, irgendwas. Also er war ja leichter, als schon die Gewichtsklasse ist. Und so hat er es hochgerechnet. Und am Ende des Tages, ich habe ja auch ein bisschen mehr Zeit von seinem Team bekommen, habe ich mich auch klar bedankt. Und am Ende des Tages, wo ich mich zuletzt gewogen habe, hatte ich auf der Waage 68,3 stehen. Und wir hatten dann auf 67 geeinigt. Und in der, sagen wir mal, an einem Tag nach dem Kampf, nach dem Event, gab es einen Post von dir. Bis zu dem Post war Maurice vielleicht mal ein bisschen enttäuscht, ein bisschen traurig, aber er hat dich ja auch noch, aber er hat dich auch noch so ein bisschen in Schutz genommen. Hat so ein bisschen gesagt, ey, hack nicht auf dem Tasso rum, das kann eben mal passieren, wer weiß. Aber nach dem Post von dir, in dem du irgendwie gesagt hast, so ein bisschen deine, du kannst gleich antworten, ich mache nur das Thema einmal auf, weil vielleicht nicht alle im Thema drin sind. in deinem Post hast du sinngemäß sowas gesagt wie, ach, jetzt komm, hat er irgendwie nur wegen so ein bisschen Gewicht, 1,3 Kilo, oder was auch immer du da geschrieben hast, hat er den Kampf nicht gemacht. Und da kam so ein bisschen unterschwellig die Idee auf, naja, wahrscheinlich wollte er den Kampf deswegen nicht, sonst hätte er es ja gemacht. War das so gemeint und hast du damit gerechnet, dass er das so auffasst? Nein, das war anders betrachtet, auch anders alles formuliert, aber wie es aussieht, haben es viele falsch verstanden. Und zwar habe ich ja auch in meinem Post ganz groß geschrieben, dass ich vollkommen und ganz verstehe und nachvollziehen kann, dass der Maurice den Kampf nicht zugesagt hat. Dass es meine Schuld war, dass der Kampf nicht stattgefunden hat, habe ich mich auch entschuldigt und ich habe es auch ganz klar geschrieben, wenn man es genau gelesen hat, dass ey, ich kann meinen Gegner verstehen, dass er den Kampf nicht annimmt. Das ist vollkommen gerecht. Danach habe ich nur geschrieben, nochmal an meinen Gegner, weil er ja erzählt hat, dass ich 5 Kilo drüber bin. Das war nur die Sache, wo ich mir dachte, ey, es sind ja keine 5 Kilo. Der Max Merten war dabei, die Gamma war dabei, wo auf die Waage am Ende des Tages 68,3 war. Und es sind ja keine 5 Kilo, zu viel. Das war nur gesagt. Wie er es dann aufgenommen hat und sich dann umgespielt hat, das ist nochmal was anderes. Kannst du das verstehen? Ich kann es schon verstehen. Der gleiche wäre auch sauber, sag ich mal, oder bist du abgefuckt? Der gleiche wäre ich auf den Kampf gefreut, mir an Gewicht gebracht. Wie gesagt, an dem Tag war ich ja der Schuldige, also nicht Maurice, der kam ja hin, hat seine Sache super Gewicht gehabt, ich nicht. Also, das war alles noch im okayen Bereich, nur was danach war, diese Aussage, ey, er hatte 5 Kilo zu viel. die stimmt ja nicht. Und das hat dich geärgert? Geärgert, sag ich mal, ja, das war einfach in dem Moment, aber ich habe ihn nie irgendwie angreifen wollten oder hin und her, aber dann kam ja von seiner Seite plötzlich ja sehr viel Gerede und ja, hallo schön und gut. Und darum haben wir gesagt, ich und mein Team, ey, okay, wenn es nicht so ist, bringe ich über Weihnachten, Silvester mein Gewicht, zeigt es, ey, ich kriege mein Gewicht hin. Es war wirklich ein Fehler, ein Ausversehen, das nicht wieder vorkommen wird. Bring mein Gewicht und dann, ja, hat er den Beweis, dass ich mein Gewicht bringen kann und wie er so schön gesagt hat, dass er mir, ja, jetzt noch mehr gerne auf die Fresse hauen würde. Hier hast du den Beweis, ich bringe mein Gewicht und wenn du Bock hast, können wir uns ja nachholen. Okay, das ist natürlich eine wichtige Aussage, denn das wäre jetzt auf jeden Fall die große Frage gewesen, die wahrscheinlich Andreas und ich beide auf unserem Zettel stehen haben. Also für dich ist das Thema nicht abgehakt, im Gegenteil, der Kampf wäre für dich nach wie vor noch interessanter. Ja, für uns mit Sicherheit auch. Also ich glaube, wir wären die Letzten, die dazu Nein sagen würden. Wir hatten natürlich auch im Vorfeld, beziehungsweise dann nach dem Podcast, nach dem Event schon mit Maurice drüber gesprochen, der sich ein bisschen zurückhaltend geäußert hat, weil er gesagt hat, naja, wer weiß, ob der das Gewicht packt, ich habe keinen Bock dann wieder dazustehen. Kann ich vollkommen verstehen. Das hast du ja jetzt bewiesen. Das hast du ja jetzt. Genau, dass er gemeint hat, ey, vielleicht bringe er sein Gewicht wieder. Das kann ich vollkommen verstehen. Darum das Beweisvideo. Ey, ich habe mein Gewicht gebracht, ich schaffe es, das kannst du sehen und jetzt kannst du ja deine großen Worte anbinden. Also die Nummer mit dem Probecut, die ehrt dich natürlich auch, gerade über Weihnachten, Silvester ist das ja wahrscheinlich jetzt auch nicht die leichteste Zeit, einen Cut zu machen, von daher Hut ab an der Stelle. Aber trotzdem würde ich noch mal gerne auf den Event zurückkommen, zweieinhalb Kilo, also selbst wenn es keine fünf Kilo waren, sondern nur in Anführungsstrichen zweieinhalb ist natürlich trotzdem viel drüber, ne, für ein Federgewicht. Und ich, also du sagst jetzt, einige haben vielleicht den Post so ein bisschen in den falschen Hals auch bekommen und so, aber was natürlich passiert ist, ist, es ist danach so ein bisschen bei einigen Leuten zumindest im Kopf so diese Vorstellung entstanden, naja, eigentlich ist der Adolf ja schuld, dass der Kampf nicht stattgefunden hat. Nein, 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 nein. Was packt er sich so ein wegen einer Kilo? Das hast du nicht gesagt, aber einige Leute in den Kommentaren haben das gesagt und ich glaube, das ist das, was ihn so extrem angefressen hat. Das kann ich gut verstehen, das kann ich vollkommen gut verstehen, aber wiederhole mich noch mal, wenn man mit dem Post genau lesen wird oder genau in Betracht ist, habe ich am Anfang ganz häufig geschrieben, dass es meine Schuld ist, dass ich meinen Gegner vollkommen verstehen kann und es auch nachvollziehen kann, dass der Kampf nicht stattfindet. Und dann, wie es die Leute ein bisschen sich auch aufgenommen haben, war falsch und ich kann es auch verstehen, dass der Moro Christian sich ein bisschen aufgeregt hat, das kann ich vollkommen verstehen, weil es war nicht deine Schuld, dass der Kampf nicht stattgefunden hat oder meine Schuld. Tja, okay, ich sehe, du bist reuig und gleichzeitig hast du auf jeden Fall jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr Lust, das Ganze zu machen, so habe ich das auch verstanden. Wie schätzt du Maurice ein? Hast du da schon Vibes bekommen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit aus deiner Sicht, dass er das Ding annimmt? Ich habe noch keine Vibes bekommen. Ich hoffe, er nimmt das Ding an, auf jeden Fall. Ich hoffe echt, er nimmt den Kampf an. Und ja, das ist halt, die Karten sind in seiner Hand und wenn er sie spielen, wie spielt er sie? Wenn nicht, nicht, weil ich sage mal so, dann hieß es ja plötzlich im Podcast danach, dass er mich attackieren würde und weiß, weiß ich alles und dass er jetzt noch mehr Bock hat, gegen mich zu kämpfen. Und wenn es hier alles stimmt und sein sollte, wie er es so schön sagt und so groß redet, ich habe mein Gewicht wirklich gemacht, beweisen es da, ich habe Bock, wenn er Bock hat, kriege ich es in seiner Hand jetzt. Was für ein Datum käme da für dich in Frage? Also ich weiß, dass Max Merten so im Hinterkopf ein bisschen den 25.3. rumschwirren hat für Dortmund, Riesenveranstaltung, Westfalenhalle, wäre das eine Option? Für mich wäre es eine Option, auf jeden Fall. Sorry, ganz kurz, ich würde gerne noch eine Frage hinterher schießen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die, die du vielleicht auch auf den Lippen hast. Also ich überlege mir ja trotzdem, wie konnte es dazu kommen und eine Sache, die mich gewundert hat während der Fight Week war, man hat eine ganze Crew gar nicht gesehen. Der Oliver Mayer war nicht am Start, Sascha war nicht am Start. Hat das vielleicht auch dazu beigetragen, dass du die Expertise aus deinem Team nicht im Rücken hattest? Andreas hat es gerade gesagt, du brauchst einfach auch immer einen, der dir ein bisschen hilft, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, die Hand hält bei diesem Cut und auf die ganzen wichtigen Parameter achtet. Hat das vielleicht gefehlt? Weil die hattest du ja jetzt beim Probe-Cut natürlich zur Verfügung, die Jungs. Genau, die waren schon alle da, nur ich bin ja einen Tag ein bisschen früher gegangen, weil es ein bisschen längerer Weg war von Stuttgart und mein Trainer wollte ganz normal nachkommen. Also die waren alle da, das sah eher ein Fehler von mir aus, dass ich mich nicht früher fertig gegeben habe, dass ich mich erwischt habe und das Gewicht nicht so ganz hatte. Also nee, das lag nicht am Team. Und der Oliver Mayer wollte ja auch ganz normal am Freitag. Am Freitag? Aber normalerweise hättest du ihn ja am Donnerstag gebraucht, oder? Weil der Weight Cut, der findet ja am Donnerstag statt. Oder hast du den nur am Freitagmorgen gemacht? Nein, ich habe schon Donnerstag am Anfang angefangen. Ich habe schon Donnerstag am Anfang angefangen, aber ich hatte ja den, sag ich mal, meinen Weight Cut Partner da, der immer da ist. Okay. Der, wenn du das Weight Cut machst, der war da. Okay. Ich habe mir jetzt nochmal deinen Post angeguckt, weil es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, wer hat zuerst geschossen, sag ich mal. Also ich hatte ja durchaus wahrgenommen. Ich würde es nicht schießen, ich würde es jetzt nicht schießen. Also von mir aus war es bis die ganze Zeit also nicht irgendwie gedacht, dass es jetzt so ausgeht und plötzlich so ein sozialer Medienkrieg, sag ich mal, stattfindet, hätte ich nicht gedacht jetzt. Aber darum habe ich auch danach nicht mehr darauf geantwortet, weil es mir schon zu, nicht lächerlich wurde, aber es ist irgendwie zu viel für soziale Medien. Da dachte ich mir auch kaum. Darf ich nochmal ganz kurz den mittleren Teil vorlesen von deiner Nachricht? Klar, klar, klar. Ja, da steht, mein Gegner wollte auch keine Kompromisse eingehen, kann ich auch gut verstehen. Sportlich betrachtet ist es meine Schuld und es tut mir unfassbar leid für jeden. Mit zwei Ausrufezeichen. Und ich glaube, jetzt kommt der Satz, der ihn ein bisschen getriggert hat. Aber wer sein Comeback geben will und es ernst meint, würde für 1,7 Kilo Unterschied trotzdem zusagen. 100%ig. Ja, das war wegen der 5 Kilo, weil ich geäußere, dass ich 5 Kilo ja zu viel habe. Wer von Anfang an gesagt, ey, so und so war es halt, ich habe ja, du ja folgendes hast zugegeben, ey, ich kann folgendes betrachten, weil dieses 5 Kilo war dann, ja klar, auch am Ende 1,7 oder 2,5 ist immer noch zu viel, aber nochmal 5 Kilo anzuhören, ist schon mal was ganz anderes. 5 Kilo. Also das war deine Reaktion auf diese 5 Kilo? Ja, ja. Aber weil ich am Anfang mich entschuldigt habe und es klargestellt habe, ey, das ist meine Schuld, das habe ich mir nicht gedacht, jetzt, wie gesagt, auf seinen sozialen Medien kriegt er sich irgendwie ein Bad, dann hat er ja tausend Sachen noch hinterher erzählt und dann dachte ich mir, okay, komm, ich lasse es einfach. Das ist nicht so mein Ding, jetzt irgendwie die ganze Tausend groß zu machen, groß zu reden und sagen hin und her. Tja, also wir haben ja natürlich zwei widersprüchliche Storys, also mich wundert es halt immer noch, wo diese 4,5 Kilo herkommen, die muss sich ja irgendeiner ausgedacht haben. Fakt ist, es ehrt dich, das habe ich ja gerade schon gesagt, diesen Probe-Wweight-Cut zu machen und ich sage mal, da sollte dieser... Ich kann das unterbrechen, was heißt ehrt mich? Also ich finde, ich bin es schuldig an meinen Gegner, an den Zuschauern, an seine FC-Veranstaltung, es soll nicht mich ehrt, es soll einfach auch keine Entschuldigung sein, aber nur ich finde, ich bin es schuldig, jedem nochmal zu zeigen, ey, jetzt war ich mein Fehler, jetzt war ich meine Absicht, ich schaffe mein Gewicht wirklich. Ihr habt ja den Nachweis und ja. Ich sage mal, sollte dieser Kampf jetzt zustande kommen und ich bin da jetzt einfach mal relativ optimistisch, ich glaube, dass wir das irgendwie hinbekommen, den Kampf vielleicht für Dortmund zu machen, dann ist er durch diese ganze Nummer natürlich nur noch interessanter geworden, das kann man glaube ich, das kann man glaube ich ohne Druck und Recht sagen. Ich, ja, also wie das Ganze abgelaufen ist, ist glaube ich unglücklich, ich glaube, wir werden auch nie so richtig hundertprozentig aufklären können, was da nun wo, wie war, weil an uns wurde damals ja auch herangetragen, okay, die haben sich jetzt auf den Catchweight geeinigt, bis Zeit X, ich glaube bis 13 oder 14 Uhr musste das gemacht worden sein und das, da warst du wohl auch noch drüber, das ist zumindest, dass das von uns herangetragen wurde, ähm, kannst du dazu vielleicht noch einen Satz sagen, bevor wir den Deckel draufmachen, einfach alle mal auf das Ding. Das habe ich auch nicht verstanden, das habe ich auch mitgekommen, das Target, das war so, ich sollte, also lass mich jetzt nicht lügen, ob es 13 oder 34 oder 13 oder 40 wieder auf der Waage ist, lass mich jetzt nicht lügen, das war, wo die, 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 die Contents jetzt nicht gewogen haben, lass mich nicht lügen und dann habe ich mich umgezogen bei der Sonder, weil ich ja mit dem verschwitzt Klamotten hat sie mir geschrieben, ey, du kannst jetzt kommen und in dem Moment habe ich mich kurz schnell umgezogen, weil ich ja jetzt nicht mit dem Schwitzanzug und hin oder gehen wollte und bin hingelaufen und dann war ich da, habe mich eingebogen neben Max Merten und der Gama und ja, da war ich, wie gesagt, da, also, dass ich am Ende tatsächlich da aufgeschrieben bin, das war jetzt nicht so. Das können, ja, wie gesagt, darf ich dann auch nicht so richtig verstanden, aber bin auch nie nach hinten irgendwie hin, gegangen zu gucken, ey, was sei jetzt da oder nicht. Da hat mir der Max Merten geschrieben, ey, du kannst jetzt kommen und dann bin ich auf dem Weg Tja, ich finde, Marc hat das gut zusammengefasst, das war enorm unglücklich, aber wie das so im MMA ist, jetzt wie die Karten ausgeteilt wurden, muss man sagen, vielleicht ist es am Ende des Tages nur eine Vorbereitung für noch einen größeren Kampf, der noch mehr Aufmerksamkeit aufsieht. Ist noch von ein paar Dingen abhängig, also, du hast ja gesagt, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, zumindest kann Maurice ja jetzt nicht sagen, okay, ich weiß nicht, ob er das Gewicht schafft, weil dafür gibt es jetzt das Beweisvideo und ich bin sehr gespannt, ob das so stattfinden wird, ob jetzt am 25.3. in Dortmund, ob irgendwann anders, keine Ahnung, mich würde es freuen. Sag mal so, wenn er ja seine großen Wörter so ernst meint, wie der dann am Ende alles rausgeschossen hat, dann würde er ja den Kampf annehmen, so sehr ballern will, mal gucken, wer mehr ballern kann. Das würde ich sehr, sehr gerne herausfinden, lieber Tasso, und hoffe, hoffe deshalb, dass es zu diesem Kampf kommt. Vielen, vielen Dank erst einmal, dass du dich heute hier gestellt hast, auch das ist keine Selbstverständlichkeit, weil es war ja im Vorfeld schon klar, dass das jetzt nicht unbedingt das einfachste Gespräch wird. Ich glaube, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, also beim ersten Mal wiegen deutlich drüber, mit 4,5, 5 Kilo weiß der Fuchs was, beim zweiten Mal immer noch knappe 2,5 drüber, was immer noch nicht ohne ist, aber dein Lehren offensichtlich draus gezogen, Probe, Weightcut, geschafft. Das heißt, das war ja auch, das muss man dazu sagen, der erste Kampf wäre das gewesen im Federgewicht, das war das erste Mal, dass du das mitmachst. Dann haben wir jetzt die Bestätigung, dass das also auch funktioniert, das war ja das große Fragezeichen, was noch im Weg stand, einer Neuansetzung dieses Kampfes. Das heißt, ich hoffe, wir schaffen dieses Duell nachzuholen, im besten Fall am 25. März in Dortmund. Ich habe keine weiteren Fragen, der Kollege Staatsanwalt hier drüben glaube ich auch nicht, oder? Nein. Dann würde ich sagen, entlassen wir dich hiermit. Letzte Wort gehört natürlich wie immer dir. Nein, ich will mich nochmal bei jedem entschuldigen, der am Tag da, wo er hinreisen wollte, der den Cup ankommt wollte, dass ich leider mein Gewicht nicht geschafft habe. Das ist einmal passiert, es wird nie wieder vorkommen. Das könnt ihr mir glauben. Und ja, freuen wir uns alle, dass der Maurice dem Kampf zusagt. Da geht die Show richtig los. Der Ball liegt jetzt sozusagen in der Hälfte von Maurice. Mal sehen, ob er ihn zurückspielt. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Tasso, dir erstmal vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Komm gut in die neue Woche. Hau erst mal rein. Und ich glaube, das war ein wichtiges Gespräch Andreas Kraniotakis für alle Beteiligten irgendwie auch. Weil ich glaube, was den meisten Leuten damals oder vor ein paar Wochen so richtig sauer aufgestoßen ist, war gar nicht mal unbedingt das verpatzte Gewicht an sich. Weil ich glaube, jeder, der in der Materie drinsteckt, der sagt irgendwie, ja komm, kann halt mal passieren, so nach dem Motto. Ist selbst den Besten schon irgendwie auch passiert. Soll nicht passieren, schon gar nicht in dem Ausmaß. Aber kann. Ich glaube, da hätten einige Leute noch Verständnis dafür gehabt. Nicht alle, aber einige. Zumindest ein gewisses Maß an Verständnis. Ich glaube, was den meisten auf den Sack gegangen ist, inklusive Maurice, war dann hinterher diese Aktion. Ich meine, du hast die betreffende Stelle jetzt gerade nochmal vorgelesen. Und ich fand, da kam Tasso jetzt aber deutlich reflektierter rüber in diesem Gespräch. Hattest du das Gefühl auch? Ja, also das geschriebene Wort ist ja tückisch. Ich kann mir vorstellen, dass auch rund um diesen verpatzten Weightcut, der auch Tasso geärgert haben dürfte, er entweder so aufgeheizt war, dass er das einfach geschrieben hat oder auch so gemeint hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das im Endeffekt so gemeint hat, wie er es jetzt gerade geschrieben hat, aber am Ende des Tages alles einfach in der Formulierung anders rüberkam. Beide Varianten sind denkbar. So oder so haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Basisrunde um den Kampf. Ob das jetzt der Kampf ist, den Max Merten machen wird, ob es der Kampf ist, den auch Maurice machen will und wo er zustimmt. Denn auch da muss man sagen, natürlich hätte der Fug und Recht zu sagen, ich will das nicht aus Gründen. Da würde jetzt auch keiner sagen, du hast Angst vor Tasso oder so, sondern da könnte man immer sagen, okay, ja, kann man vielleicht auch verstehen. Aber ich fände es schon cool. Ich fände es schon gut. Na voll. Voll, Alter. Ja, man, dieses Federgewicht ist schon eine stabile Gewichtsklasse. Du hast ja vorhin dieses Turnier, diesen Vorschlag da von einem unserer User da mal rezitiert. Also wenn man mal guckt, was für Federgewichte wir mittlerweile im Stall haben, das ist schon stabil. Also da kann man schon, da kann man im Jahr 2023 stabil planen. Ja, und Tasso gegen Adolf ist natürlich ein fanfreundlicher Kampf auch einfach. Also ich hoffe schon, dass der es noch auf die Karte schafft am 25.03. Ja, das Jahr beginnt spannend. Kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, wir sind damit auch für heute am Ende der Sendung angelangt. Nochmal die Erinnerung. Am 18. Februar startet das Wettkampfjahr für uns hier bei Fighting mit dem Event in Bonn. Tickets gibt es auch noch. Fighting.de-Slash-Tickets-Hauptkampf. Kuschet Kakarov gegen Darko Banovic. Fabio Schäfer wird einen MMA-Kampf bestreiten. Es gibt einige andere total spannende Fights auf dieser Card. Und dann der große Leuchtturm-Event am 25. März in der Dortmunder Westfalenhalle. Auch dafür gibt es Tickets unter Fighting.de-Slash-Tickets. Ja, haben wir Deckel drauf, oder? Ja, für heute. Wir haben viele Themen abgehandelt, viele kontroverse Themen, viele intensive Themen. Und wir haben es eben schon mal gestriffen. Aber für den 18. Februar gibt es ja auch noch Uccer gegen Ilbay. So ein bisschen ein heimlicher Hauptkampf, würde ich sagen. Klar, Ilbay hat natürlich jetzt noch nicht so viele MMA-Kämpfe, aber ist nicht nur ein Freund der Sendung und ein Freund von Fighting, sondern auch einfach ein großer Name im Kampfsport an sich. Und Uccer ist auch ein absoluter Publikums-Magnet. Also das wird ein großes Ding. Wir haben auf jeden Fall einiges Cooles vor uns in diesem Jahr und in den nächsten Monaten. Und ich, ja, freue mich auf alles, was da kommt. Würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig. Ktanali Beardo Ktanali Ja Kein Ktanali Ktanali Kein Ktanali Kranali Kade Ktanali Wie Ktanali Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017